So, wir lassen uns jetzt einmal treiben. Wichtig ist, vorneweg zu sagen, dass ich jetzt etwas mehr ins Detail der Sprache gehe. Es ist tausendmal erklärt, man muss wissen, dass diese Updates, diese Selbstgespräche, ich rede jetzt einmal ganz, ganz gezielt bloß von den Videoaufnahmen, diese Selbstgespräche, die du dir wohlgemerkt ausdenkst und du bist der Geist, der sich jetzt auch dieses Gespräch ausdenkt. Also, dass alles, was du bisher geglaubt hast, kannst du vergessen. Du kannst es nicht nur vergessen, du musst es vergessen, dass du ein neues Programm kriegst. Wir machen hier, und das sage ich so, so oft, wir machen hier keine klassische Religion, diese Religion, Reliquie heißt ja zurückführen zu, aber zu was wirst du zurückgeführt, wenn du dich wiedererinnerst, was du selbst bist. Polofeeling ist ein einziger Wiedererinnerungsprozess. Und auch hier, ich muss das vorneweg immer wieder betonen, weil auf der Brösel-Ebene normale Menschen in ihrer unendlichen Arroganz oft das wissen, das sie in sich tragen, dass sie sich letzten Endes nicht aussuchen können. Das ist die Geschichte mit dem Schwamminhalt. Und wenn du jetzt mit dem Wort Schwamminhalt nichts anfangen kannst, weil du zufällig dieses Video angeklickt hast, dann hast du schon ein Problem. Das sind ganz einfache, kindgerechte Metaphern. Und diese letzten Updates, diese letzten Selbstgespräche, es geht jetzt nicht nur um die letzten zwei in dem vorhergehenden Update, sondern auch chronologisch, jetzt bewusst chronologisch zurückgedacht. Es geht hier nicht um eine zeitliche Vergangenheit, sondern um eine Hierarchie. Das baut aufeinander auf. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du in Wikipedia Redo Oberhänseli eingibst, das ist ein Wikipedia-Kanal mit den Holowheeling-Videos, wenn du da zurückgehst, das startet glaube ich bei 2011. Und jetzt haben wir schon dieses 2011. Es ist jetzt nur eine Zahl. Und deine Logik zwingt dich, dir jetzt einen ganz bestimmten Zeitpunkt, ein Jahr in die Vergangenheit zu denken. Dass du jetzt denkst. Genau genommen heißt es aber wie nichts, wenn wir das separatieren. Und das ist das Geheimnis der Vatersprache. Und für einen Neueinstieg, um das sofort jetzt abzukürzen, das unmittelbar vorhergehende Selbstgespräch, die ersten 26 Minuten, ist alles Wesentliche drin, obwohl dieses Selbstgespräch ja drei Stunden dauert und dann haben wir eine Stunde dran gehängt, wurde jetzt ein zweiter Teil. Da ist alles drin, was wichtig ist, auch in den hierarchisch vorhergehenden. Und bevor das nicht einigermaßen sitzt, wirst du das, was ich dir jetzt erzähle, überhaupt nicht verstehen. Es ist definitiv so, bei Holowheeling geht es nicht um irgendein geistlos nachgeäfftes religiöses Geschwätz, um ein geistlos nachgeäfftes esoterisches Geschwätz und schon gar nicht um irgendein vollkommen geistlos nachgeäfftes materialistisch-naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden bei Holowheeling von dem, was 100% sicher ist. Ich betone das immer wieder und du wirst feststellen, wenn du das einmal wirklich verstanden hast, dass du auf der Brösel-Ebene, wie ich das nenne, als Affe unter Affe, als Trocken-Nasen-Affe, als Primat unter Primat, du gegen Wände rennst bei dem angeblichen Homo-Sabiens bei den vernunftbegabten Menschen. Es ist ein sehr schockierendes Erlebnis, gleichzeitig mit wem du dich jetzt unterhältst, als Brösel unter Brösel nenne ich das. Die große Masse und breiteste Weg der Masse wird das nicht akzeptieren, was 100% sicher ist. Das ist die Geschichte mit dem Ersten und mit dem Zweiten, die auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf ist, dass du eine Logik in dir trägst, diese Logik suggeriert in dir Vorstellungen. Und diese Logik zwingt dir Vorstellungen auf, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, aber die Logik sagt zu dir, das ist 100% sicher bewiesen. Und ich bring dir jetzt Vorstellungen ins Bewusstsein durch Worte, die exakt in dem Moment in dir entstehen, wenn ich das Wort ausspreche. Und du sagst, das stimmt nicht, weil es dir unlogisch erscheint. Das heißt, die Geschichte mit dem Ersten und mit dem Zweiten, dass einer in dir auftaucht, der nur Sachen anspricht, wenn du diese Gedanken mitgehst, das sind die ganzen Holophilien-Gespräche, kannst du jeden Einzelnen, jedes Kind kann sofort überprüfen, dass es 100% sicher ist, was ich sage. Und deine Logik sagt dir, stimmt nicht. Ich sage zum Beispiel, dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an deinem Körper denkst. Wo war der jetzt übrigens die ganze Zeit? Beim Körper wird es natürlich dann, das wird auch sehr genau, wie du dann deine Vergangenheit in dir das Gefühl aufbaust, wie die Logik arbeitet, dass der die ganze Zeit dauert. Das ist diese, darum wiederhole ich immer dieselben Sätze, wenn man das sehr oft hört und das ist jedes Mal überraschend, wenn ich jetzt auch wieder schnipple und jetzt denke an deine Beine und wackele mit den Zähnen an den Beinen. Jetzt baut sich in dir ein Gefühl auf. Das ist doch das, was jetzt 100% sicher ist. Diese Zähne und dieses Gefühl hat nicht existiert, bevor ich das jetzt nicht ausspringen habe. Damit lasse ich jetzt das gleich stehen. Im Anfang ist das Wort, und jetzt ist diese erste große einfache Erkenntnis, das mal einstatten, ist, du Geist, du bist ein Geist. Und schon wenn ich das Wort Geist ausspreche, was löst das Wort Geist in dir für eine Vorstellung aus? Das wiederhole ich immer wieder, egal an was du jetzt denkst, das ist kein Geist. Es ist die Information eines Geistes. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Tausendmal wiederhole ich das, dann taucht in dir eine Information auf. Denk einmal jetzt an dich selbst. Diese Information bist nicht du. Du bist der, der sich das andenkt und der diese Information praktisch in sich erschafft und das zu sehen bekommt. Da steckt das Wort Ehe mit drin, was er in sich selbst erschafft durch Denken. Ich erspare mich jetzt auf das Wort Denken genauer einzugehen. Das ist Gn, heißt die geöffnete Existenz in der Vatersprache, das heißt Urteilen, du musst was urteilen. Und das Ken ist das hebräische Wort für Fundament. Und F unter haben wir die Welle schon. Und Mendio heißt, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Alles, was ich jetzt nur anspreche, kannst du in jedem deiner Wörterbücher, die natürlich nur dann existieren, wenn du dir die ausdenkst, überprüfen. Aber aus was denkst du jetzt deine Sachen heraus? Wo kommt das her, was du denkst? Und das ist meine Computer-Metapher. Du kannst dir nur das ausdenken, was zurzeit in deinem Arbeitsspeicher ist. Du bist praktisch ein Computer. Das hebräische Wort nenne ich immer Mechchef. Das beginnt mit MJ, das heißt übrigens Gehirn. Das ist dein Computer-Chip. Und da sind Daten drin, ein Betriebssystem drin. Dieser Computer, den du dir jetzt ausdenken kannst, weil er auf deinem Arbeitsspeicher, in deinem Arbeitsspeicher, in deinem Bewusstsein, in deinem Wissensbereich liegt, mit dem du zurzeit denkst. Ich nenne das immer dein Intellekt. Dein Intellekt ist nichts anderes wie eine große Datenmenge. Der Intellekt, den du zum Denken benutzt, das ist aber noch wesentlich mehr Wissen in dir drin. Das sind all die Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel ins Internet gehst und irgendeine Internetseite aufmachst. Das ist immer die Brücke, dass ich sage, wenn du jetzt träumst, spitze ich das alles nur in deinem Kopf ab, aber nicht in den Kopf, an den du jetzt denkst, wenn du an deinen Kopf denkst, weil der schon wieder eine Information ist, sondern ich nenne das in einem roten Kopf. Und da machen wir jetzt gleich Cut. Das muss jetzt reichen. Acht Minuten. Ich brauche diesen Einstieg und jetzt gehen wir direkt in die Sprache. Und zwar schauen wir uns jetzt das neue Update an. Dazu übertrage ich den Bildschirm. Das sieht so aus. Das ist das, was jetzt hier praktisch unten in den Update diese Datei mit dran hängt. Unter diesen Selbstgesprächen hängen wir diese Datei mit dran. Das Update nennen wir jetzt die ewige Emergenz. Das Wort Emergenz ist schon in dem vorhergehenden Selbstgespräch oder in irgendeinem der vorhergehenden Selbstgespräche gefallen. Und das ist jetzt hochinteressant. Ich habe jetzt natürlich jetzt ein wenig komisch geschrieben. Wir schauen jetzt ganz einfach einmal dieses Wort Emergenz. Emergenz. Ich habe das hier eingegeben. Bei Google an, was das bedeutet. Und da steht jetzt schon, meinst du, Emergenz. Da bin ich in dem, wenn ich immer sage, vorhergehend, meine ich nicht chronologisch, sondern hierarchisch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du erkennst, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, jetzt in dir auftaucht. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanke. Da bin ich überreichlich darauf eingegangen. Jetzt diese Emergenz ist eigentlich das lateinische Wort Emergere, heißt auftauchen. Das kommt von E, Exmergo, Entschuldigung. Da kann man dann auch ins Griechische, also dieses lateinische Wort E steht immer für Ex. Exmergo heißt das Auftauchen und das Mergo, Mergere, für sich alleine heißt zwangsläufig das Abtauchen. Das würde hineingehen. Das ist im Prinzip wie die Evolution, das heißt Ex-Volvere herausrollen und die Re-Evolution heißt wieder zurückrollen. Aber jetzt, wir wollen ja nachschauen, was die Emergenz ist. Statt der Vorsilbe, ich habe mir jetzt ein Info nicht dran hängen. Und da ist jetzt interessant, wie gesagt, das klassische Wort ist hier eigentlich, die fragen schon, wie Ibedia. Dieses große Wissen der Welt fragt schon mal im klassischen Sinn, nach Worten gibt es dieses Wort offensichtlich nicht. Aber da kommen jetzt doch einige Punkte und ich mache jetzt mal die zwei auf und die schauen wir uns an. Wir können auch mal drei aufmachen, die ersten drei. Wir schauen jetzt, was da drin steht. Das ist erst einmal das Fremdworterbuch und da heißt es schon, meinen Sie Differgenz, Emergenz, in dem Fremdworterbuch hier, in diesem jetzt ist es gar nicht erwähnt. Können wir gleich wegmachen. Jetzt kommt was Interessantes, Emergenz, Immersion im didaktischen Spiegel. Das ist jetzt irgend so eine Schrift und wir schauen uns jetzt einmal etwas genauer an, was da drin steht. Lass dich überraschen. Was ich behaupte ist, dass du in einer Matrix lebst und ich beweise dir mit 100% Sicherheit, dass es so ist. Auch arithmetisch. Es ist ein Computerprogramm. Deine Welt ist wie in dem Film Matrix ein Computerprogramm und alles, was in dir auftaucht, das hat irgendjemand, hat sich das ausgedacht. Irgendjemand hat das erschaffen. Zuerst einmal alles, was du dir jetzt ausdenkst, erschaffst du hier und jetzt in deinem Kopf. Das ist wie ein träumender Geist, ist der Schöpfer für alles, was er träumt. Aber er ist nur ein Schöpfer, so wie ein Kugelschreiber ein Gedicht schreibt. Der Kugelschreiber schreibt dieses Gedicht klassisch gesehen, er bringt die Farbe aufs Papier, er sucht sich aber nicht raus, was er schreibt. Das heißt, ein Künstler, der ein Gedicht schreibt, einen Roman schreibt oder irgendwie eine Symphonie niederschreibt in Form von Noten, die Melodie, das muss ihn ja einfallen. Das heißt, er ist nichts anderes wie ein Kugelschreiber. Du kannst kein Gedicht schreiben, wenn dir das nicht einfällt. Der Kugelschreiber kann kein Gedicht schreiben, wenn ihm nichts einfällt. Da bin ich auch reichlich drauf eingegangen. Wo kommt es her, was einem Künstler einfällt? Das kommt doch aus ihm selbst. Genauso ist es mit einem träumenden Geist. Er erschafft, aber er sucht sich noch nicht drauf, was er erschafft. Die nächste Stufe deiner geistigen Entwicklung ist, dass du das ganz bewusst machen kannst, dann bist du ich. Das ist unser Spiel, wenn ich behaupte, ich bin du. Und jetzt schau mir mal, ich betone immer wieder, ein Wort zu verstehen, musst du mindestens in der Lage sein, eine 400-Zeiten-Bucht rauszumachen. Das klingt jetzt so unglaublich, was aber ein Augenblick ist, wenn du es kannst. Das ist mein Standardbeispiel. Ich frage dich jetzt, kannst du in deutscher Sprache sprechen, lesen und schreiben? Dann sagst du ja. Das nenne ich sogenanntes Chat-Denken. Du kannst es aber erst sagen, wenn du dir das in kleinen Schritten angeeignet hast. In dem Moment, wo diese Fähigkeit installiert ist, machst du dir keine Gedanken mehr, wie das funktioniert. Du machst es ganz einfach. Und wenn du die nächste geistige Ebene betreten willst, und was ist es ganz wichtig ist, dass du das verstehst, die nächsthöhere geistige Ebene wird niemals irgendein Gedanke von dir betreten. Und das heißt, kein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Alles Existierende ist ein vollkommen geistloses Dasein müssen. Ein Pinsel malt ein Bild, egal was der malt. Es ist immer nur in dem Moment, wo es erschaffen wird, ein Denker denkt, alles was du denkst, alles was existiert, Existiere nochmal heißt, heraustreten aus. Dass du dir ausdenkst, dass du dir vorstellst, egal wo du das räumlich oder zeitlich dir hindenkst. Es existiert hier und jetzt in deinem Kopf als Information, weil du es denkst. Du bist der Schöpfer, Gott, für alles was du denkst. Und alles was du denkst, entsteht in dem Augenblick, wo du es denkst, und es ist genauso wie du es denkst. Das wiederhole ich tausende Male. Und du wirst feststellen, wenn du ein bisschen anfängst, dich selbst, deine eigenen Informationen und dich als Denker zu beobachten, dann musst du aber schon was anderes sein, wie der Denker, den du dir jetzt ausdenkst, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Dann wirst du feststellen, dass du keinen Einfluss hast auf dein Denken. Da habe ich übrigens sehr, sehr viele Beispiele, wo jeder 13-Jährige, ich rede jetzt wieder normal, jedes Kind, das sofort überprüfen kann, dass es so ist, dass der normale, arrogante Affe, der alles nachläft, in dem Wahn lebt, er bestimmt selbst, was er denkt. Und er wüsste irgendetwas. Das ganze Wissen, das du zum Denken benutzt, ist etwas Gegebenes, etwas, was du geschenkt bekommen hast. Auch jeder Künstler, der hier stolz ist und sich Geld bezahlen lässt für seine Künste, für seine Musik, für seine Kompositionen, er verlangt Geld für etwas, was ich ihm geschenkt habe. Ich ist jetzt natürlich nicht der Mensch, Udo Bätscher, den du dir ausdenkst, sondern der rote OP. Und wir schauen jetzt einmal diese Immersion, das Wort, da bin ich ja schon drauf eingegangen, vorherigen Selbstgesprächen, im didaktischen Spiegel. Die, die Öffnung deines Intellekts, ist in einem gewissen, war es eine geöffnete Schöpfung. Als 4,70 gelesen heißt es schlichtweg und einfach Wissen. Das sind ja auch, ich erzähle dir etwas und was jetzt da sind, sind eigentlich nur Zahlen. 10, 40, 40, das E kann man sehr vielfältig setzen. Das kann zum Beispiel eine 1 sein, das kann eine 70 sein und es kann eine 5 sein. 200, das S kann man wieder vielfältig setzen. Das hat mit der Matrix zu tun, muss man momentan gar nicht wissen. Mir geht es darum, dass du einen gewissen Respekt kriegst vor der Schöpfung, die du selbst erschaffst. Und das hat nichts zu tun, dass irgendwelche Affen, die du dir ausdenkst, irgendetwas erschaffen hätten. Die Figuren, die Antagonisten in einem Videospiel haben mit dieser Welt, in der sie sich zu befinden scheinen, nicht das Geringste zu tun. Es ist ein da sein müssen. So, und jetzt schauen wir mal, was hier die Immersion ist. Mir geht es jetzt hier um eine Kleinigkeit, da wird jetzt erzählt, im Jahr 480 vor Christus. Das heißt, ich denke mir jetzt jemanden aus, der das in der Vergangenheit geschrieben hat, was unmöglich ist. Fakt ist, ich denke mir den jetzt aus. Ich sage immer wieder, egal welchen Menschen du jetzt denkst, der Mensch-Trockennasenaffe-Kreatur entsteht in dem Moment, wo du den denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Und jetzt neigst du dazu aufgrund eines Programms dir, diesen Menschen, den du jetzt hier und jetzt erschaffst, ganz unbewusst irgendwo räumlich oder zeitlich hinzudenken. Und du kannst jetzt den Udo Petscher zum Beispiel, den Sprecher dieses Videos, nach Weißenburg denken. Fakt ist, cut, was ist jetzt da? Schlichtweg, wenn einfach nur eine Lautsprecher steht. Und der Lautsprecher ist nicht dem Weißenburg, sondern der scheint in einer gewissen Entfernung vor dir in der Kiste drin zu sein, die du vielleicht mein Computer oder mein Handy nennst. Du kannst dir an Jesus ausdenken in die Vergangenheit, du kannst dir an Einstein ausdenken, egal was du denkst. Diese Personen, diese Masken, diese Verkörperungen sind hier und jetzt von dir erschaffen in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Du lebst in einer Welt, wo du Menschen bewundert hast, sprich Menschen ist gleich Primaten bewundert hast, ich sage immer, die sich gegenseitig selbst Nobelpreise in deinem Traum verleihen, das denken wir uns jetzt, die nicht einmal wissen, was 100% sicher bedeutet. Es sieht so aus, dass 99,9999 und dieses 99999 kannst du jetzt viele tausend Jahre wiederholen und dann kommst du ungefähr in den Bereich Prozent von dem, was die 100% sicher erscheint, du nicht einmal überprüfen kannst, wenn du wolltest. Also es hat mit 100% sicher nicht das Geringste zu tun. Weder die Erkenntnis der Naturwissenschaft, noch die Erkenntnis der religiösen Menschen, noch die Erkenntnis irgendwelcher Esoteriker. Sie effen irgendetwas nach, was unendlich einfach ist zu verstehen. Ich sage immer wieder, wenn du an eine Welle denkst, umso größer die eine Seite, umso größer der Berg wird, umso größer wird auch das Teil. Von dem absoluten Nullpunkt aus gesehen. Wenn wir unsere Wasserspiegel nennen, das ist diese Metapher, die ich immer wieder wiederhole, sobald mir ein Wellenberg herausklappen, ist genau dieses Volumenfeld unten. Das ist das Plus und Minus, wenn ich immer sage, Plus, Fünf, Minus wird. Wobei Volumen ja nicht Traum heißt, sondern das heißt Rollen. Das Kreisen, das heißt Volumen. Wieso steht das Volumen eigentlich in den Physikbüchern? Dann hast du schon einmal gelesen, dass ich einer gefragt habe, wieso nennt man in der Physik, in der allgemeinen Sprache einen Rauminhalt, Volumen. Interessant ist das Wort Inhaalt. Wenn ich jetzt das nämlich hebraisiere, wenn ich den Matrix hoch kenne, heißt das nämlich, das göttliche Sein in der Quintessenz Gott, die nichts ist, Haal ist der Gott, spiegelt sich selber. Das ist der Rauminhalt. Jetzt sind wir, darum kreist es. Das kreist in unserem Spiegelkomplex. Aber ich bin schon wieder viel zu genau, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, da geht es um den Klang einer Gitarre, einer Lyra. Und jetzt ist es interessant, die Gebärden zeigt den Kopf mit der Stirn, in die eine Hand gelegt und den abwärts gerichteten Blick. Die Finger liegen leicht am vorgebeugten Kopf. Und jetzt geht es um die Pose der Selbstvergessenheit. Die Selbstvergessenheit. Die Selbstvergessenheit. Du hast vergessen, was du selbst bist, weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Ist sowohl Ausdrucksmotiv im Musikszenarien des frühen 5. Jahrhunderts vor Christus. Wer weiß der, den wir uns jetzt ausdenken, woher weiß der das? Man hat ihm das erzählt, so wie du jetzt einfach, wenn du das liest, Vorstellungen aufgrund von Worten in dir aufbaust. Was dieses im Anfang war, das Wort, ist absolut wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst immer einen Reizauslöser. Sobald du eine Zeitung liest oder Worte hörst, wird dein Programm in dir, dein ganz persönliches Schöpfungsprogramm, aus diesen Worte eine Vorstellung auf. Mein Standardbeispiel ist Krebs. Oder irgendein Name. Vorhergehende Selbstgespräche, ich gehe nicht mehr darauf ein. Ist tausendfach erklärt. Das heißt, du erschaffst in dir eine Traumwelt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du dir nicht raussuchen konntest. Und was jetzt hier wichtig ist, du bist der Einzige, der das erlebt, was du denkst. Du musst es auf dich wirken lassen. Wenn du jetzt da sitzt, über was nachgeribbelst. In dem Moment, wo du zum Beispiel in dir eine Zeitung auftauchst. Du träumst ja, du kannst dir das ja nicht einmal raussuchen, dass du sagst, ich lese jetzt eine Zeitung. Es muss dir ja einfallen. Und du liest jetzt die Zeitung, das hast du, setzt dich hin und du schaust Worte auf. So wie jetzt da Worte stehen. Dann wirst du aus jedem dieser Worte, die jetzt hier sind, wirst du irgendetwas, eine bildliche Vorstellung in dir aufbauen. Aber was für eine bildliche Vorstellung du aufbaust, hängt doch von deinem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Und diese Information, die dann entsteht aufgrund von Worten, im Anfang war das Wort, hängt davon ab, was für ein Charakter, was für ein Intellekt du zum Denken benutzt. Jetzt sage ich wieder, Putin, das hat nichts damit zu tun, dass da außen das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen wäre. Zweites Gebot halten, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder drüben auf die Erde. Da kommen wir noch dazu. Sogenannte gläubige Menschen. So, und jetzt gehen wir da etwas weiter. Ich springe jetzt runter, da geht es jetzt hier die Selbstvergessenheit, die immersiven Bezug mit anderen akustischen Objektheiten herzustellen. Klingt eine ganz verkopfte Sprache. Du kannst ja das Spiel selber dir her suchen, wobei das immer Sackgassen sind. Und das heißt, seine Versunkenheit zeigt aber auch, dass der Vorgang der Immersion keine neue Entdeckung ist. Immersion fand bislang in seiner Phänomenologie eines Weges in die Versunkenheit, der Weg in die Versunkenheit keine Beleuchtung für ein nach innen gerichtetes Einlassendes. Das ist jetzt so diese verkopfte Philosophie. Es ist wunderschön, wenn man es versteht. Und jetzt kommt dieser Peter Sloderdijk, das ist ein deutscher Philosoph, ich nenne das immer Schwätzer, hochinteressant, was er spricht, sehr, sehr verkopft. Das ist wie alle und 99,99 Prozent von dem, was er spricht, ist einfach nur rezidiert, angelösenes Wissen, etwas umgeformt. Er beschreibt die Immersion als ein zur Umgebung entgrenztes Entrahmungsverfahren für Bilder und Augenblicke. Es ist eigentlich immer alles richtig. Du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast eine zu Form, zu heißt er febräisch, Formwährung, eine zu Form gewordene Umgebung. Das ist das, was du jetzt um dich herum ausdenkst, was aber hundertprozentig sicher deine Information ist. Es muss in dir drin sein, sonst würdest du es nicht sehen. Und das ist ein Entgrenzt, die Vorsilbe end, tausendfach darauf eingegangen, vier Phasen des Einheitskreises, hast eigentlich ohne Grenzen, entrahmt, ohne einen Rahmen. Es ist offen. Das ist wie wenn ich sage, du kannst jetzt was 500 Kilometer, 1000 Kilometer, 10.000 Kilometer, 10 Millionen Lichtjahre von dir wegdenken. Es ist trotzdem hier und jetzt deine Information. Für Bilder, ganz interessantes Wort, wenn ich das auf Hebräisch schreibe, BLDR heißt es, im Kinder weckt. Es ist deine Information. Das sind die Bilder. Jedes Bild, jedes Gefühl, jeder Gedanke, den du denkst, ist im Kind, im Gotteskind erweckt. Und ein Gotteskind ist kein ausgedachter Trockennosenaffe. Wohlgemerkt, ein von dir erschien Affen. Ein von dir erschaffenes Säuge dir. Du bist der, der das erschafft, wenn du an Menschen denkst. Das gilt auch für den Affen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, der jetzt vom Computer sitzt oder Handy in der Hand hat. Für Bilder und Anblicke. 2006, mir denkt man schon wieder an die Vergangenheit, kann man nachlesen auf Seite 105. So interpretierst du das jetzt. Wobei 10.5 Gott heißt. Im Engelischen steht, du immerse, dem Verb du absorb, ganz interessant absorbieren, aufnehmen, in sich selber aufnehmen. Neue und hat folgende Umschreibung. Das lassen wir jetzt einmal. Was mir jetzt wichtig ist, ich springe jetzt da mal runter. Ich will dir mal zeigen, da kommt Computerunterstützung. Das ist ja mein Beispiel. Du bist in einer Matrix. Und jetzt kommt ein Punkt, der ganz wichtig ist. Es wird dir zeigen, jeder Name, Nomen ist Omen, jedes einzelne Wort ist ein riesen Berg von Wissen. Es ist wie eine kleine Adresse, wo du tausende von Internetseiten aufmachst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, www.youtube.com. Das ist, betrachte das einmal einen Namen, das ist eine Adresse und du weißt, wie oft ich schon erklärt habe, in Selbstgesprächen, wenn du dabei bist bei Holofeeling, dass da tausende und aber tausende von Filmen in diesen Ordner drin sind. Die wir einfach nur YouTube nennen. Wer einen Text verstehen will, muss nach Gardamer bereit sein, sich von ihm etwas sagen zu lassen und für die Andersheit des Textes von vornherein empfänglich sein. Gardamer 1990, Seite 263. So, du liest jetzt das einfach. Du meinst, du wüsstest, was ein Text ist. Du meinst, die Andersheit eines Textes. Du musst dir von einem Text, ich sage, du musst dir von einem Wort etwas sagen lassen und ein Wort, die 400 Seiten, es ist übrigens unendlich. Du kannst auch tausend oder hunderttausend Seiten aus einem Wort machen. Das ist dieses Prinzip, wie bei einem Mandelbrotfragteil, wo wir was herausgenerieren, in einem rein streng arithmetischen Prinzip. Das ist aber unendlich fortführt, aber du bleibst in dieser Selbstähnlichkeit eines Wortes. Ich sage, du kannst den Kontext, wenn du Holofeeling verstanden hast, ist jedes Wort selbsterklärt. Wir schauen uns doch einfach mal das Wort Gardamer. Das erste ist, da lachte ich eigentlich der Geist des Adam schon um. Der Geist des Adam, wer ist der Geist des Adam? Das ist der Geist, den sich in der Bibel Gott nennt, der den Adam im Vers 26, 26 ist der Wert für Yahweh erweckt. Das ist die 300, dieses Er. Der Geist Adams erweckt das Ganze. Wir sind aber noch lange nicht fertig, weil, wenn wir jetzt konsonant, das ist eine konsonante Sprache mit Gott beginnen, dieser Geist, der alles öffnet, in dem auch alles geschlossen ist, das ist der Glücksgott Jupiter. Da haben wir den UB da stehen und dieser Gatt ist Meer. Wo war ich denn jetzt so? Da wollen wir reingehen und das ist das schöpferische Meer. Das ist UB 86 LHJ. Wir können natürlich auch dieses Armer, gehen wir mal das Armer ein. Gatt, der Glücksgott, A-M-R. Und jetzt kriegst du einen Ausspruch, eine Kunde, ein Spruch, ein Wort, denken, erwähnen, sagen, befehlen. Das ist übrigens auch, ich sage immer auf Fränkisch, ich sage zu dir jetzt. S-Chat, das heißt nämlich Sagen und Sprechen. Fränkische Sprache hat er sehr, sehr viel, die Sprache der Frank und Freien. Schauen wir mal, was da für eine Sagen, Sprechen, Anordnen, eine Ordnete, An, etwas Anordnen. Das Wort Armer, Gatt, Armer, bedeutet je nach herangezogene weltlichen Wörterbuch, Sagen, Spruch, Spruch, Verheißung. An einigen Bibelstellen wird es mit Befehlen übersetzt. Was in Wirklichkeit bedeutet, erkundet ein neugieriges Gotteskind ganz einfach. Wenn ihr es Aleph als Präfix liest, dann bedeutet es, ich bin ein bitterer Herr. Hängt damit zusammen da die Radix. Bitter heißt, aber auch Herr heißt. Jetzt wiederum dieses Hebräisch, dieses Wort Bid heißt das Haus. Das Haus ist meine Reihe. In mir ist ein Spiegel und da sind viele Spiegeln, die er, diese gespiegelten Berechnungen ist, die Reihe der Spiegel und zur Z-Achse im Spiegel tun. Es ist kein wördes Geschwätz. Es ist so, wie wenn ich jetzt eine, obwohl ich Deutsch zu sprechen scheine, spreche ich eine Sprache, die die Menschen deiner Welt nicht verstehen, wenn sie Holophilen nicht kennen. Armer bedeutet somit genau erzählen, mitteilen. Das sind die Divisionen, die du kriegst. Deine Visionen, die sind die Öffnungen deines Intellekts. Schau mal, ganz interessant, wir sind da bei weitem nicht fertig. Ich habe jetzt nur ganz grob Gott, Armer, der Adam ist mit drin, das heißt, der Geist des Adams ist Gott, der erweckt etwas. Und wo erweckt er das? Im B-Reihe. Im Spiegel sind diese Spiegelungen. Du merkst, das ist eine Meterebene. Ich nenne das immer die wirklich geistgleich gelebene Ebene. Aber wir können mal ein anderes Spiel machen. Ich markiere das mal und dann schau mal, was ist der Gott, Armer eigentlich? Wir machen Google nach Gartemer durchsuchen. Das ist ja, du hast ja so eine wunderschöne Maschine. Und jetzt landest du beim Hans-Georg-Gartemer auf Wikipedia. Schauen wir uns den nochmal an. 11. Februar, 11.02.1900. In Marburg. All das ist eine Meterebene, das lückenlos zusammenhängt am 13. März. War ein deutscher Philosoph international bekannt, wurde er durch sein für die philosophische Hermeneudik grundlegende Werkwahrheit und Methode. Kann ich nur empfehlen zu lesen, aber wenn du es ohne Holophilien liest, hast du nichts verstanden. Jetzt müssen wir schon mal wissen, was ist eigentlich die Hermeneudik? Das ist altgriechisch. Auf Deutsch heißt es erklären, auslegen. Deutsch, Deutsch. So nenne ich das. Auf Deutsch, Deutsch erklären und auslegen. Ich erkläre dir, du brauchst Deutsch, Deutsch, sonst wirst du nie irgendeinen Text verstehen, weil du von einer Fehlinterpretation in die nächste hineinläufst oder alles nur sehr einseitig auslegst. Merkst du, wie das rund wird? Also das lassen wir jetzt mal gut sein. Ich mache dich nur neugierig auf dich selbst. Dann haben wir hier nochmal ein BDF. Das ist das Immersionmodell und Bildungsmodell. Immersion bedeutet ein Eintaucht-Getaucht-Sein. Weil das Wort gibt es ja nicht. Ein Eintaucht-Getaucht-Sein, ein Versunkenheit oder könnte bildlich als Verschmolzenheit von Subjekt und Objekt. Was passiert, wenn ich einen Wellenberg und einen Wellental, ich nenne das einmal den Denker und das Ausgedachte, wenn die beiden wieder in sich eintauchen, in sich in einem Punkt zusammenfällen, steht da nicht genau das, was ich tausendfach erkläre? Von Subjekt und Objekt außer Haaralp der Vorstand von Subjekt und Objektspaltung bestimmt wird. Der Weg in die Immersion als Immergenz deutet auf den Prozess des Eintauchens, des Zurückgehens zu LHJ um Gottes Meer. Alles, was aus dir entspringt, du bist dieses Meer. Mit mir, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Dark. Gigantisch komplex. Kleinen Moment, da war man hin. Weißen Sie, ich bin du. Ich bin du. Anna. Die Geschichte vom Dark zu erzählen, wäre jetzt viel zu komplex. Da geht es um Zeitreisen über mehrere Details, über drei Staffeln. Kann sich ein normaler Mensch gar nicht ausdenken. Mit Holophilien kriegt das eine vollkommen neue Dimension, wenn du das anschaust. Am Schluss sagt der Mom, auf Englisch heißt das Mom. Das ist übrigens auch eine so Sache, wenn wir jetzt dieses Mom wieder herpreisieren, das ist der große Trick, das ist der Schlüssel der Matrix. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist erst einmal der Fehler. Ein Flächen, ein Gebrechen. Und ein Gebrechen ist deine Körperbehinderung. Du behinderst dich letztendlich mit dem Körper, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Die Körperbehinderung kann man überwinden, da haben wir übrigens einen äußeren Wert von 86. Da wollen wir reingehen, weil das der äußere Wert ist, der äußere OB, da geht das jetzt mit. Aber da geht es noch einen ganzen Schritt weiter, weil mir das Mom, kann man natürlich auch, was ich das O jetzt in dem Mom, gibt es natürlich eine andere Möglichkeit, wenn du weißt, dass das Aleph alle Fokale annehmen kann. Dann kann ich zuerst einmal hier dieses M-A-M, wenn ich jetzt reingebe, dann heißt es ein Verwerf, Mutterlos sein. Du wirst verworfen. Das sieht ja so aus, die M als Vorsilbe, wissen wir, heißt von. Am heißt Mutter. Eigentlich gibt es jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Dieses Aleph kann alle Fokale annehmen. Das heißt, wenn du das M aussprichst, also LF-mäßig aussprichst, M heißt es Mutter. Wenn du das Om aussprichst, heißt es eine Schraubenmutter. Wenn du das Im aussprichst, dann heißt es hier, wenn, falls unter der Bedingung, das dir deine Logik, deine Mutter das aufzwingt, dann kriegst du dieses Om, diese Schraubenmutter, macht im ersten Moment keinen Sinn. Wichtig ist, dass du hier zuerst einmal, Schinner, eine logische Berechnung, ist die Schöpfung, unser A-U-B, in dem Wort Glaube, in dem Wort Zauber, die Beschwörungskunst. Der Logik, das ist, die Mutter symbolisiert deine Mutter, das dreht sich ja um den Pin. In der Schraubenmutter steckt eigentlich schon jetzt sexualisierter Penis und die Vagina mit drin. Aber die Welt, die Mutter dreht sich um das Innere, um den Feststehenden Pin. Das sind alles Metaphern. Was sind Metaphern? Das ist die Sache, wenn ich sage, Sprichwörter sind das Wertvollste, was du besitzt. Aber du merkst jetzt, jedes Wort müsste man wesentlich tief reingehen, um das zu verstehen. Das brechen wir jetzt aber sofort ab. Wir können jetzt zum Beispiel bei den Dark das wieder hebraisieren. Dann kriegst du zuerst einmal die R. Das ist ja die Finsternis. Die Finsternis, im Klassischen, im Englischen heißt ja Dark die Finsternis. Aber die Finsternis ist das schwarze Loch in der Physik. Im Sanskrit ist es Krishna. Das Obskure. Du hast einen Obskuren. Im Hebräischen ist es eine Generation. Eine Generation, die entspringt und das Kopf am Ende heißt dein. Du musst dir das nicht merken. Hör einfach zu. Und dann heißt es hier, deine Art und Weise, wie du denkst, das schickt dich auf eine große Weise, auf eine Reise. Dein Verhalten erschafft den Weg, den du zur Zeit in deinem Traum imaginär durchläufst. Es ist ein imaginärer Traum, weil ich setze dich als träumenden Geist in Bewegung. Es ist wie in einem Videospiel. Du hast ein Joystick in der Hand und du spielst ein Videospiel. Du verwechselst dich mit dem Avatar. Und das in Bewegung setzen heißt, dass wir in der Transfassade ständig bitte in deinem träumenden Geist in den Kopf auslösen. Und dann hast du komplett die Illusion, als wenn du durch Raum und Zeit wandern würdest. Das ist die neue Art und Weise. Dass das auch noch Kältern und das Spannen eines Bogens heißt. Das wird jetzt richtig spannend, weil bei dem Bogen, ich nehme eine Ecke, ich strecke die Ecke und dann kriege ich einen Bogen. Einen Stecken und dem mache ich eine Ecke und dann kriege ich einen Bogen. Und das ist dann die Kamera. Das Gesichtsfeld, das sich vor dir aufspannt auf deiner Vorabrede. Das steckt nur im Hintergrund ganz grob drin. Du wirst aus dem Kontext nie rauskommen. Das machen wir jetzt auch weg. Und jetzt bleiben wir mal hier ganz einfach, dass wir da weiterkommen. Update, ewige Emergenz. Ich habe jetzt nur ein bisschen was von diesem Waterzet. Ja, genau. Ein Nichts. Und jetzt ist es ganz wichtig. Wenn du jetzt so lange drangeblieben bist und noch nicht weggezappt hast, und das ist ja offensichtlich der Fall, dass ich am Anfang noch erwähnt habe, zu unendlich viel Wissen, ich nenne das einmal Komplexität. Zu unendlich viel Komplexität gibt es eine unendliche Einfachheit. Welchen Weg willst du gehen, um wieder dich selbst zu finden? Du kannst den Weg der Einfachheit gehen. Du musst übrigens als Mensch überhaupt nichts tun. Ich sage immer wieder, du musst nirgends eintreten, nirgends austreten. Die Verwandlung besteht in dem Moment, dass du hier in dem Leben zuerst einmal erkennst, dass du was anderes bist wie ein Gedanke von dir. Du musst dich komplett loslösen von dem Wahn, dass wenn du jetzt an dich denkst, du das, denk jetzt an dich, dass du diese Information, die du jetzt wahrnimmst, du Geist bist der Einzige, der deine Information wahrnehmen kann. Dass du dieser Gedanke an dich selbst bist. Du bist der, der sich das ausdenkt. Und sobald du an irgendwas anders denkst, bist du immer noch derselbe Geist. Und dieses Geist muss man rot schreiben. Und der Geist ist schweigsam, still. Das ist der Adam. Wir waren gerade bei den Adama. Dieser Adam erweckt. Du bist der Adam, der seine eigene Traumwelt erweckt. Segerwene Körber. Und du kriegst eine tiefe Demut gegenüber alle heiligen Denkste, gegenüber jedem Text, gegenüber jedes Wort, wenn du begreifst, dass es ein unendliches Gefäß ist mit unendlich viel Information, aber jedes Wort ist eine ganz bestimmte Information. Es ist wie beim Mandelbrot-Traktore, da müssen wir sich jetzt aber in der Arigmetik auskennen, dass wir durch Iterationen unendlich viele Formen mit Selbstähnlichkeit gestalten können. Und du kommst bei diesen Iterationen niemals aus dem Kontext der Grundform L, der Form von Gott, heraus. Und hier schauen wir als erstes diesen Korinther 13, 8, 13. Normaler Mensch liest jetzt das so. Das ist immer zum Beispiel die Korinth. Der Korinther, da klingt irgendwie Korinth. Koriander steckt da mit drin. Der Korinther ist natürlich ganz interessant. Wir waren doch gerade bei den Gatt. Glücksgott Jupiter. Hast du es gesehen? Ja, ja. Der Korinther, der hast du nämlich auch Gatt. Also geh mal in den Korinther rein. Und ich sage dir das nicht, um irgendeinen ausgedachten Udo besser zu machen. Ich bin der, der ich bin. Ich erscheine jetzt nur als Brüssel Udo in dir. Aber wie so schön heißt ihn, ich bin du als Brüssel Udo, bin ich bloß ein Wegweiser. Betrachte mich als ein Wegweiser. Der will von dir nichts. Er weist dir einen Weg zurück zu dir selbst, in die Ewigkeit, zu deiner eigenen Göttlichkeit. Er bringt dich aber nicht dorthin, der Wegweiser. Du kannst jetzt auf das, was der Wegweiser dir sagt, achten. Du kannst symbolisch in diese Richtung vorn gedanklich, dich in diese Richtung weiterdenken, oder du kannst es sein lassen. Dann wirst du dich bis in alle Ewigkeit weiter nahmen. Und das passiert von alleine, wenn du einen guten Willen zeigst. Und im Korinther, dieser Korinther, 13, 8, 13. Ist schon hochinteressant, wenn ich jetzt die Symbolik verstehe, ich zeige dir jetzt doch mal etwas. Diese 13, zusammengezählt, ist 4. 8 steht für die Kollektion, unser Chat. Das steht jetzt eigentlich hier, wenn wir das jetzt so lesen, steht 4 in der Mitte eine Kollektion und in der Mitte wieder 4. Hüben, 4 und drüben, 4 oder Hüben, 3 und drüben, 3, wenn wir das austauschen können. Soll ich zur Erinnerung ganz, ganz kurz noch mal ein Bild herholen? Dieses Bild ist ganz interessant. Da haben wir 4, 3. Und das kann man dann spiegeln. Das habe ich zigfach reingestellt. Das ist die Primzahl. Da haben wir übrigens den Tag. Ich bin du, du bist ich. Da wird das 3 so komisch gedreht, das erkläre ich natürlich jetzt nicht. Das kann man alles in die holophilen Schriften nachlesen. Wieso ich dir das jetzt zeige? Nicht nur, dass dazu sich der Tag, auch der Dennett so eigenartig auftaucht. Das wie in den 3, 4, 3, die 8. Jetzt stell dir mal vor, diese 8, diese Kollektion ist ein Spiegel. Wir machen mal die zwei Einsen weg und dann hast du hier 3, Hüben, 3 und drüben, 3. Und jetzt drehst du die eine 3 auf den Kopf. Schau mal das kleine Bild unten an. Das ist eine 3 und das ist eine gespiegelte 3. Hüben, 3 und drüben, 3. Spiegelbild davon. Und wenn man die zusammensetzt, dann kriegst du 3, 3 kriegst du 8. Genau. Wenn du meinst, das ist Zufall, es gibt keine Zufälle. Nichts, was in dir auftauchen könnte, ist nicht schon vorher auf dem Programm drauf. Das heißt schlichtweg und einfach, wenn du jetzt ein Computer bist und du hast letzten Endes in deinem Arbeitsspeicher irgendeine Datei, das kann jetzt eine Filmdatei sein, oder die Datei einer offenen Welt eines Videos spielst, musst du wissen, egal wie du spielst, wie du auf die Bilder reagierst, jede Reaktion ist eine Eingabe, die berechnet praktisch ein neues Bild. Jeder Moment, der in dir auftaucht, das in dir zu fehlen scheint, Mom, ist abhängig von deiner Reaktion auf den bestehenden Moment. Und alles, was prinzipiell auftauchen kann, ist auf dieser Datei drauf, sonst kann es im Computer, der ja dich symbolisiert, nicht auftauchen. Das ist diese Metapher dazu. Und das steckt jetzt nur, wenn du wirklich ein wacher Geist bist, wenn ich sage, du siehst ein Wort und du kannst aus einem Wort ein 400-Zeiten-Buch machen, dann ist das kein aktes Intellekt, sondern schlichtweg und einfach, das ist so, wie wenn ich jetzt sage, kannst du Deutsch sprechen, dann sagst du ja. Aber du musst dir klar sein, dass in diesem Jahr dein kompletter deutscher Wortschatz drin ist. Plus, ohne dass du in der Regel Ahnung davon hast, die Grammatikregeln. Dieses Beispiel, wir denken uns jetzt ganz bewusst, ein Sechsjähriger aus, der in die Schule kommt, der spricht, wenn er gut erzogen ist, eigentlich ein grammatikalisch einwandfreies Deutsch. Obwohl er die Grammatikregeln ja überhaupt noch nicht kennt, die hat ihn ja noch nie einer erklärt. Es ist doch schon da, es ist alles in dir da. Die Fähigkeit, komplett neue Welten, neue Informationen in dir zu erschaffen, was du aber nie erleben wirst, wenn du immer wieder dieselben Scheiß wiederholst. Scheiß ist Exkrement, das Herausgedrehte. So, wir schauen jetzt einmal uns diesen Korinther 1, 13, schauen wir uns etwas genauer an. Den lesen wir zuerst im Original. Dann zeige ich dir, was die Vordersprache macht. Ich habe jetzt einmal das am Anfang, das ist das hohe Lied der Liebe. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Die Liebe urteilt nicht in richtig und verkehrt, in gut oder böse. Das ist ein bewusster Geist, der nur schaut, ohne das, was in ihm auftaucht, der jetzt weiß, ich träume, der schaut einfach, was er in sich in seinem Kopfkino erlebt, spielt aber selbst nicht mit, als dem, der er ist. Aber durchaus auf einer Bühne des Lebens, die Rolle, er spielt die Rolle, die er zu spielen hat. Er ist aber nicht dieser Mensch, diese Rolle, er ist nicht dieser Charakter. Das ist das, was ich immer wieder wiederhole, du musst ganz bewusst deine Informationen als der beobachten, der du bist, nämlich der Geist, der das träumt und der Einzige, der das erlebt. Du bist der Einzige, der deine eigenen Informationen erlebt. Das erlebt kein anderer. Und alle Antagonisten, alle, die in dir auftauchen, wissen nicht, dass du sie jetzt denkst. Du musst es auf dich wirken lassen, das ist hundertprozentig sicher. Jetzt denk an irgendwie deine Freunde, deine Eltern, deine Kinder, wenn du schon Kinder hast. Wissen die, dass du sie jetzt denkst? Und die werden so sein, wie du sie dir denkst. Jetzt denk an Putin, denk an Scholz, an deutsche Politiker. Die Politiker, die aufgrund von Namen, die du aus Medien und Basien kennst, einfach nur nach, aus Internetseiten in dir verwirklichst. Die werden von dir erschaffen, aufgrund von Worten. Und die sind so, wie sie von dir gedacht werden. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass die da außen so sind, wie du sie dir jetzt ausdenkst. Das ist der Satz, wenn ich immer sage, ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und niemanden, den ich mir ausdenke. Dass ich dem vorhaufe, dass es so ist, wie ich ihn ausdenke. Ich wiederhole nochmal, das ist wie, wenn du als Auto dich jetzt normal gedacht hinsetzt und einen Roman schreibst. Dann wirst du eine Geschichte entwerfen. Es kann ein Krimi sein, eine Liebesgeschichte sein, ein Drama sein, ein Polit-Thriller. Die Charaktere, die du jetzt erschaffst, die du niederschreibst, die sind so, wie du sie niederschreibst. Die können sich das nicht raussuchen. Das ist ein Da-Sein-Müssen. Alle Menschen, auch die ganze Physik, das heliozentrische Weltbild, egal was du denkst. Es ist ein Da-Sein-Müssen in dem Moment, wo du es denkst und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Wo es immer ist, das ist auf der Datei, es ist im Buch. Da ist es immer. Und jetzt frag dich, wer dich das denken lässt, das bin ich. Und dann musst du irgendwann nochmal diese Charaktere, egal wie du das belegst, musst du dir klar machen. Mir fällt jetzt da ganz spontan ein, wir schauen uns nochmal so einen Charakter an, wir lassen uns jetzt nochmal jemanden ausdenken. Wir können uns da nochmal, das ist der Roman in der Welt, das ist eine Führerschein-Prüfungsbogen-Welt, in die du dich zur Zeit hineinträumst, da hat sein Brösel, der meint, der hat keine Macht. Obwohl du doch, du Geist, die nicht das erzählt, jeniger bist, der das erschafft. Das wäre jetzt übrigens auch eine interessante Geschichte. Lies das ganz kurz durch. Will ich vorlesen? Das lese mal vorher, ja. In der Anwaltskanzlei des einen wurden Cum-Ex-Geschäfte ausgetüftelt, um deutsche Steuerzahler, um Milliardensummen zu betrügen. Der andere hat massive Erinnerungslücken, was seine Deckung dieses größten Betruges am einfachen Bürger in der Geschichte dieses Landes angeht. Also der obere wieder, der eine ist nun Chef des Bundesverfassungsgerichts, der höchsten deutschen Instanz der Judikative und der andere ist aktuell als Bundeskanzler der Boss der Exekutive. Das ist deine aktuelle Märchengeschichte. Weil ich bloß ein bisschen hier klar machen, wenn du jetzt den Auszug diesen Verfassungsrichtern nur die Wikipedia-Seite anschauen, da wird er drauf hingewiesen. Hochkorrupt. Es ist die Politik im Allgemeinen, wirst du irgendwann einmal merken, das, was du am Politiker ausdenkst und ich weise dich jetzt auf fehlenden Führerscheinprüfungsbogen hin, keine Schuldzuweisung gegenüber den Menschen, die wir uns jetzt ausdenken. Und wir sind nur zwei, das bin ich und du. Ja. Du musst alle Schuld auf dich nehmen. Das ist dieser Satz, wenn du ich bist, ich nehme alle Schuld auf mich, ich höre damit auf, irgendjemanden oder etwas, ich sage, irgendeine Gedanken, den ich denke, irgendeine Information, die ich jetzt denke, die nur deshalb ist, weil ich sie denke, die hier und jetzt ist, vorzuwerfen, dass dieser Gedanke so ist, wie er von mir gedacht hat. Ist das nicht ein vollkommen neues Denken? Ja. Ich muss aber nicht auch einen Gedanken, den ich bewundere, bewundern, weil er nur deshalb so toll ist, weil ich ihm ja so denke. Wenn den Gedanken Jesus oder vielleicht sogar Gott, dann erschaffst du hier und jetzt einen Gott und den Gott, den du dir jetzt denkst, der hier und jetzt eine Information ist, wird so sein, wie du ihn dir denkst. Du kannst ja natürlich auch an Gott denken und dann dummerweise behaupten, der existiert ja überhaupt nicht, was ja Blödsinn ist, weil der existiert ja in dem Moment, wo du ihn denkst, zumindest das Wort Gott oder den gibt es nicht. Das ist meine Sache mit, um etwas verneinen zu können, musst du zuerst einmal dir das ausdenken, von dem du dann behauptest, dass es das nicht gibt. Das sind übrigens die zwei Seiten, der Widerspruch in sich selbst. Das eine kann es ohne das andere niemals geben. Okay, jetzt fangen wir da ganz kurz. Ich nur die erste, wir wollen ja 8 bis 13 lesen. Das hohe Lied der Liebe, wenn ich in den Sprachen der Menschen, der Affen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein dünnendes Erz geworden oder ein schallendes Zimbel. Schau mal, was da steht. Z im, die Geburt des Meeres im Nichts, in Gott. Wir wissen, L ist Gott und Nichts. BL heißt in Gott. Wir können natürlich auch das E weglassen und den Bald raus machen. Und Zim heißt die Geburt im Meer. Wir können natürlich das I als Fokal auch rausschmeißen und bloß Zim machen. Kannst du ja mal in den Matrixblöten nachschauen. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse, G, Heimnisse und alle Erkenntnisse weiß, das hängt immer davon ab, ich weiß, ist das Weib. Das ist deine Mutterlogik. Und wenn ich einen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen kann, du kannst Berge versetzen. Du kannst jetzt zum Beispiel den Mount Everest im Himalaya, kannst du von einer Sekunde auf die andere hier und jetzt herholen, in deinen Kopf, wo er doch eh immer ist. Ist jetzt der Himalaya, den du dir jetzt ausdenkst, das ist übrigens auch ein ganz interessantes Wort, ist jetzt der da irgendwo in Asien, der Mount Everest, dieses Gebirge, oder ist es hier und jetzt in deinem Kopf, weil ich diese Worte ausgesprochen habe. Die Frage beantwortet sich doch von selbst, schau einfach. So, und jetzt fahren wir mal in den Vers 8 runter, das lesen wir. Holger, das machst du bitte. Ja. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich, Entschuldigung, als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Punkt. Und ein bisschen weiter gelesen, machen wir jetzt gleich weg. Dieser Text, jetzt exakt Wort für Wort dasselbe Text, bloß geistreich ausgelegt. Das beginnt jetzt, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Holophilien, weil alle Sprachen der Welt und auch Physik und Chemie, die Sprache der Naturwissenschaft, gehört zu diesem aritmetischen System. Das heißt, die ganzen Formen in den Physikbüchern, da steht schon Form L, die Form Gottes. baut auf auf Konstrukten, dein Weltbild, deine Naturgesetze, die du dir ausdenkst. Das ist nicht so, dass die wissenschaftlich betont, das immer wieder in der Vergangenheit, das denken wir uns jetzt, diese Natur untersucht haben und dann haben sie gewisse Formen, gewisse Gesetzmäßigkeiten erkannt. Du musst es immer umdrehen. Die normale Welt, das chronologische Denken, dreht die Kausalität auf den Kopf. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, wenn du das immer wieder vergisst, wirst du leiden, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du wurdest nicht von einem trocken, nasen Affenweibchen geboren, du Geist wohlgemerkt, mit dem ich jetzt rede, sondern du erschaffst jetzt aufgrund deines anerzogenen Wissens, deines Programms, die Vorstellung, dass du in der Vergangenheit von einem trocken, nasen Affenweibchen geboren wurdest und dann denkst du dir den Vorgang jetzt, dass da irgendein kleines Äffchen aus der Gebärmutter herausgequetscht wird, das erschaffst du jetzt. Du erschaffst auch diesen Vorgang, die Mutter, wenn du es denkst, ich rede mit einem Geist und nicht mit einem Affen. Und du bist jetzt nicht dort, weil angeblich einmal in der Vergangenheit es war, du wirst irgendwann erkennen, dass in der Vergangenheit überhaupt nichts war und in der Zukunft nichts passiert wird. Es ist alles jetzt und das, was auftaucht, ist eine Facette von dem Unendlichen, was jetzt in dir drin ist. Das ist Gott. So, und jetzt lesen wir das einmal, das beginnt hier mit Hiros, bin ich oft darauf eingegangen, dieses Wort Hiros, hier heißt heilig. Also hier dieselben gleichen deutschen Worte. Dasselbe ist rot, rot ist absolut eins, das ist etwas nicht denkbares, tausendfach erklärt, aber wir können aus diesen selben auch gleichen machen. Du bist immer derselbe Geist, es ist immer derselbe mehr, egal welche Gedankenwellen auftauchen. Das sollte man verstehen. Das ist übrigens einzelne, hebraisiert rot heißt bewusst sein, ist die Energie, ist das Licht. Sag ich immer wieder, ist Gott und ist nichts. Und Ben ist der Sohn, wobei ich dieses E jetzt mit einem E-Quadrat schreiben würde. Das heißt, im E-Quadrat ist dieses ganze Sein und das ist die Energie, die wirkliche Form in der Einstein, Form dieses E-Quadrat, ist diese Energie, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, aber sie selbst kann weder vernichtet noch vermehrt werden. Das ist das Eigenartige, sie ist rot, sie ist ein absolutes Nichts, das ist der Adam. Und sobald du dir jetzt aus diesen Menschen, Adam heißt Mensch, aber der Gottesmensch, der Geist, der träumt, Segevene Karma, Denker und Ausgedachtes. Sobald wir uns jetzt den Adam, so wie es in der Bibel 26, 27 steht, dass er Denker und Ausgedachtes ist, ist der Denker, was ein ausgedachter Denker. Und diese These und Antithese, der immer seiende Denker, den wir uns jetzt denken und die ständig verändernde Information von dem Denker, dass es weibliche, die Frau ist, diese beiden haben eine Synese, das ist der eigentliche Ort, der eigentliche Geist. Und die Menschen, die du dir ausdenkst, sind Gehirnleichen. Das sind Gehirnleichen. Du bist immer dasselbe Geist. Egal an was du jetzt denkst, es verändert an dir nicht das Geringste, du veränderst nur deine Information. Und die Menschen, die du jetzt denkst, auch deine eigenen Körper, sind lebende Tode. Das sind Gedankenwellen, darum ist das Hebräische, egal ist im Hebräischen Welle. Heißt auch ein Trümmerhaufen. Jetzt kriegst du diese wogende Oberfläche. Also hier dieselben gleichen deutschen Worte. Blau heißt immer, das denkst du dir, das ist wahrnehmbar. Das Blaue sind die Gedanken, die vergänglichen Erscheinungen. Das Rote ist immer seit, im Meer. Geist, reich, verdeutscht. Jetzt muss man wissen, wichtig war, wir sehen uns in einem Spiegel. Reih ist das hebräische Wort für Spiegel. Die Einzelbuchstaben, rot-blau gelesen, der Kopf, der Schöpfergottes. Der ist eine große Kollektion und wir verdeutschen jetzt das, in rot-blau ausgelegt. Nochmal ganz zur Erinnerung, das hebräische Wort für blau, schreibt sich ja so, das ist die Bläue, du siehst jetzt schon die Augenschminke, Augen heißt übrigens Becken, A-G-N, das Schminken der Augen, Blau schminken. Das Kaf als Vorsilbe heißt immer wie, im Hebräischen, und dann haben wir wie Chol, und jetzt wirst du merken, wieso das einen Sinn macht, mit dem Blau, das ist nämlich das Weltliche, das von dir, was du dir ausdenkst. Beben heißt übrigens, das heißt im Sohn. Kenn ich jetzt jedes andere Welt, und sobald du anfängst, dir weltliche Sachen auszudenken und du dich selbst in dich hinein denkst als ein erschaffener Affe, dann fängst du an, vor Angst zu zittern, dass du das verlieren könntest, was du zu sein glaubst. Diesen Körper, wann ist dein Körper da, wenn du ihn denkst? Wo ist dein Körper, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Die Frage kannst du dir selber beantworten, dann existiert dieser Körper nicht. Das macht keinen Sinn, diesen Körper am Leben erhalten zu wollen, weil alles Existierende, nochmal Existere heißt, heraustreten aus. Die nehmen wir dazu. Mach nückenlos weiter. Ist definitiv so, Hallöchen. Hallo. Einfach zuhören. Ist dann praktisch in dir drin. Es ist eine Information. Also du merkst, wenn ich es auch geistreich verdeutscht, in Rot-Blau ausgelegt, kann ich auch dieses In, ist auch im, im Roten, im Adam wird es vom Adam selbst, Blau, weltlich ausgelegt. Lege ich die Worte geistreich aus oder lege ich die weltlich aus? Weil wir ja wissen, dass der Adam, das Wort Adam als Odom ausgesprochen, heißt Rot. Und Schweizer. Der, der das auslegt, schaut nur, was er ist, er mischt sich nicht ein. Er kann aber beobachten, was seinen Charakter er als Brüssel macht. Du kannst dich dabei beobachten, wie du auf gewisse Reizauslöse reagierst. Das heißt, dein Intellekt ist nichts anderes wie eine KI. Und wenn jetzt andere Brüssel, andere Trockennasenaffen in dir auftagen und du bist jetzt in einer Situation, dass verschiedene Trockennasenaffen aufeinandertreffen und sie diskutieren über Startpunkte, muss dir klar sein, es ist nur ein Spiel zwischen vollkommen geistlosen Programmen, zwischen KIs, zwischen künstlichen Intelligenzen. Dein momentaner Intellekt ist auch nichts anderes. Das muss man zuerst einmal verkraften, da braucht man die geistige Größe dazu. Jetzt kommt der Vers 8. Das ist jetzt genau der Text, der gerade vorgelesen wurde. Die absolut E, lieb E, E Quadrat, immer daran denken, das ist die Ursache allen Seins. Diese Energie, die wir uns jetzt denken, die man gar nicht denken kann, eine ausgedachte Energie ist schon eine Form, eine Information dieser Energie, vergeht niemals von Gott, vom göttlichen Bewusstsein, abstammen. Seien es aber Weissagungen, sie werden wehgetan werden. Seien es ausgedachte Sprachen, sie werden aufhören. Wir reden von der Ewigkeit. Ewigkeit, ein existierendes Ding, wird niemals wissen, was Ewigkeit ist. Weil alles, was existiert, ja mit den nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Der, der ewig ist, ist der, der diesen ständigen Wechsel erlebt und das bist du. Es ist mit Sicherheit nicht der Gedanke, und du bettst, oder der Körper, an den du jetzt denkst, oder dein Gehirn, ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Sei es bloß eine Erkenntnis, blau gelesen. Sie wird wehgetan werden. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass du dein jetziges Wissen am Leben erhältst. Du hast in deinen Geschichtsbüchern, das sind Märchengeschichten, immer das ewige Spiel, dass die Wahrheiten von heute die Dummheiten sind, wo morgen die Menschen drüber lächeln, wie blöd die damals waren, die sie sich jetzt ausdenken. Und es wird nie aufhören, bis in alle Ewigkeit. Das heißt, hör auf mit deiner Rechthaberei, du musst keine Erdkugel retten. Und wo war jetzt eigentlich die ganze Zeit die Erdkugel? Die ist jetzt entstanden. Und die wird so sein, wie du sie dir denkst. Umwelt verschmutzt. Jetzt denkst du dir die Kinder, wie sollen die Kinder das erleben, wenn mir diese Erdkugel die Oberfläche vergiften? Das sind doch alles nur Gedanken. Und was sind jetzt die Kinder in der Zukunft Gedanken? Und was sind die Menschen in der Vergangenheit Gedanken? Es sind Informationen. Es ist Existierendes. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Übrigens, dieses Weltbild wird arithmetisch präzise in allen heiligen Schriften deiner Welt, egal in welcher Religion du mir das bringst. Ob das der Koran ist, ob das der Denach ist, ob das die deutsche Neue Testament, das griechische Testament, ob das Physikbücher, ob das Chemiebücher sind. Das sind nur verschiedene Religionen. Naturwissenschaft ist genauso eine Religion, wie irgendwelche Religionen mit Untersystemen. Und da sind Formen drin in ihren Büchern. Und diese Formen, wenn du die mit dieser Vordersprache übersetzt, wird in allen Religionen, auch in der Naturwissenschaft, in den Physikbüchern, genau dieser Zustand beschrieben. Es beginnt bei der Relativitätstheorie von Einstein, die kein Mensch verstanden hat. Nicht einmal der Einstein selbst, den ich mir jetzt ausdenke. Woher ich das weiß, weil ich auch der Einstein war. Ein kleiner Fehler. Es darf kein Joder verloren gehen. Das, was in der Regel jetzt in der modernen Physik verloren geht, das ist die Wissen nicht mehr, wie meine Wurzel ausrichtet. Wurzel 9 ist plus 3, minus 3. Hüben 3 und drüben 3. Wie war das mit den 13? Wurzel 16 ist Hüben 4 und drüben 4. Muss ich es dir nochmal zeigen? Und in der Mitte ist die Kollektion. Wir können jetzt die 1 weglassen, plus 1, minus 1. wird eine Kollektion 3, 3, Hüben 3 oder 4, 4. Da kommt es her. Und da wird es beschrieben, von wem wird es beschrieben? Von Gott, von Koriander, von Jupiter. Das bin ich. Bei aller Bescheidenheit. Also gut, fangen wir hier mal weiter an. Du merkst jetzt, ich bin übrigens extrem reduziert. Alles Ausgedachte, alles Existierende existiert, tritt nur in dem Moment aus dir selbst, aus dir träumenden Geist heraus, aus dem absoluten, nicht denkbaren Zentrum. Das ist E-Quadrat. In dich hinein, als Information. Und das ist ein ausgedachtes Innen. Aber jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Vergangenen. Und selbst, wenn du was wiederholst, ständig wiederholst, zum Beispiel jetzt deinen Körper, muss dir klar sein, dass der vollkommen neu erschaffen wird, wenn du wieder an deinen Körper denkst. Jetzt sage ich wieder, schnippdenk an deine Beine wackeln, mit den Zehen. Die Zehen, die du jetzt erschaffst, sind nicht die Zehen, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst. Und jetzt wird es interessant, weil die Vergangenheit kannst du auch bloß jetzt denken. Was in dir auftaucht, auch jetzt auf und es wird auch jetzt wieder vernichtet. Das ist meine 200 Gramm rote Gnede, die immer dieselbe, immer du bist immer mehr, derselbe Geist. Und du veränderst nur von Gedanke, von Augenblick zu Augenblick, deine Information. Und wenn du das nicht wahrhaben willst, wenn du jetzt mich sprechen hörst, was du leiden bist in aller Ewigkeit, und wenn du es langsam akzeptierst, ganz interessant, akzept, ak heißt eben jetzt bloß hier, wir schauen uns das mal ganz kurz an, was da passiert. Akav, schau mal, das ist aber allein dennoch, das für wahr, das nützt dir momentan nichts. Ich erkläre das ganz leicht. Ak, kann man ek, ak lesen, auch das Eck, bedeutet eben jetzt. Eben gibt es übrigens zwei, du kannst eben zeitlich und räumlich. Man sagt eben jetzt, ist die Nulllinie, dann machen wir das rot. Nur heißt ein Flackern, ein flackerndes Licht, das ist die Existenz einer aufgespannten Berechnung. Eben jetzt existiert nur, flackern, bloß, genau, gewiss doch eben das, was du hier und jetzt denkst. Eben nur jetzt, als ausgedachte Erscheinung gerade da ist. Wenn du es nicht denkst, existiert es nicht. Es ist aber rot gelesen, da nämlich in deinem Programm. Und dann haben wir als nächstes, haben wir Zepp. Das ist die Geburt von Wissen. Jeder Moment ist das, was du jetzt weißt. Das heißt, dieses Wissen, die Geburt von Wissen taucht jetzt in dir auf. Darum heißt es, auf der Wasseroberfläche schwimmt. Das sind deine Gedankenwände, die sind über der Nulllinie. Das ist die Symbole, die im Hintergrund steht. Und wir machen hier weiter. Das wird alles wehgetan und es kommt mit jedem Gedanken was Neues. Denn wir, Geist, jetzt interessant, GE Quadrat ist er. Das ist der Erwachte. Das bist du, wenn du Holofilling verstanden hast. Kennen, stückweise, ich habe jetzt hier stückunweise gelesen. Kennen heißt übrigens das Fundament. Das heißt, F unter, eine Facette ist eine Welle, die du dir überlegst und als Lügen um dich herum dir ausdenkst und die besteht aus zwei, Wellenberg und Wellenberg, aus zwei Existenzen. Nämlich, die Existenz, die du jetzt anschaust und zu jedem Wellenberg gehört ein Wellental. Stückunweise, wir Geister kennen, ich sage zur Zeit, solange du Holofilling erkennst, nur stückweise, immer nur jeden Moment. Das heißt, du hast noch nie dein Zimmer gesehen. Eine Küche zum Beispiel. Wenn du da was siehst, siehst du ein Herd, du siehst einen Kühlschrank, aber die Kollektion, du kannst wissen, was es ist. Darum sage ich, solange du nur Stücke dir denkst, bist du noch unweise. Du musst wissen, aus welcher Kollektion in meinem Computer stammt dieses Bild. Und woher stammt das Bild der Küche, was ja gar kein Bild mehr ist. Es ist aber trotzdem, was im Kind erweckt ist. Aus meiner Wohnung. Woher stammt die Wohnung? Es gibt immer ein Übersystem. Und wir Weissagenstück unweise. Das ist die Rechthaberei. So ist es oder so ist es. Nein, der Henkel ist rechts. Nein, der Henkel ist links. Jetzt kommt, das ist die Spiegelung übrigens. Zehn, wenn aber das absolut vollkommen E kommt, schau mal ganz interessant, Co im lateinischen, Co und Co heißt zusammen, Plus und Minus ist zusammen. Das ist dieses Co M, das zusammengeschmissene M ist es Plus. Und dieses Minus MT, das ist das hebräische Wort für Tod. Die gestaltgewordene Erscheinungen sind getrennt. Tod wiederum heißt so viele. Da haben ein zusammenseinendes M und Plus und als Minus eine zusammenseinende Gestaltwerdung. Zusammenseinende Gestaltwerdung ist praktisch immer wieder eine Kollektion. Und dieses MD, die gestaltgewordene Erscheinung, ist abgetrennt. Wird wir eröffnen, das was unstückweise ist, wehgetan werden, weil Plus und Minus eigentlich nichts ist. Als ich, Geistesfunk, ein Kind war, das habe ich jetzt blau geschrieben, ein Kind, das ist übrigens ein Kein, mit Kopf dann geschrieben, der ist unstet und flüchtig, in meinem eigenen Gedankenraum. Wir können natürlich auch die KI, die künstliche Intelligenz erzeugt, die existierenden Öffnungen. Das heißt Urteilen. Als ich ein Kind war, redete ich, ich, das heißt, ich Mensch, ich Affe, als Körper, wie ein Kind und dachte ich wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann, ein nicht existierender Seger, ein Geist wurde, tat ich Weg, das Weg, was kindlich war. Was meine ich damit? Das ist das, dieses Weg, tat ich, ist der Weg. Wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Was viel schockierend ist, dass ich behaupte, dass ich eigentlich du bin. Das heißt, ich könnte sagen, der Schöpfer aller Bücher, der vor dem Bücherregal, vor seinem rot geschriebenen Werk steht, sobald er zum Lesen anfängt, ein Buch in die Hand nimmt, wird er zu einem Leser, der sich wiederum mit der Figur verwechselt, mit dieser Hauptrolle, die in dieses Programm aufzwickt. Und ich sage jetzt zu dem Leser, der ich selbst bin, zu dem Geist des Funken, der sich jetzt als ein Brösel in einer Traumwelt zu befinden scheint, dass du der Träumer bist und dass sich diese Traumwelt in dir befindet. Ja. Und ich bin der Weg, rot gelesen, das Verbundensein, die E-Quadrate, sein allereinsiger Geist. Das ist These, Antithese, ist J-C-H-I-C-H, ich, ich, rot. Und die sind ein einziger Geist, das ist die Synthese von diesen zwei, weil die verbunden sind. Darum heißt es wahrlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und dieser Weg, das ist jetzt rot, darf ich das Weg, Weg jetzt wieder zurückholen, was kindlich war in mir. Ich nehme das weg, was kindlich ist. Du musst irgendwann einmal erwach sehen. Du musst der Erwachte werden, der vollkommen weiß, dass er jetzt träumt. Und wenn du jetzt weißt, dass du jetzt träumst, bist du wach. Und wenn du jetzt glaubst, du bist ja wach und du bist dieses Zeugetier von der Erdkugel, dann schläfst du noch. Das wird in dem Vers erklärt. Denn wir Geist, wir sind einer, ich bin du und du bist ich. Wir Geist sehen, jetzt mit Els, mit, El ist Gott, es ist Bewusstsein. Darum schreibe ich, das heißt, mit dem göttlichen Bewusstsein, Esain, Bewusstsein ist nicht existierend. Darum ist es ewig. Bewusstsein kann genauso wenig zerstört werden, wie die Energie in der Einstandformel. Oder die Lampe im Projektor. Gleichgültig, was du auf der Leinwand, was ausgedacht war, die Lichter gehen auf, gehen unter, die vergehen, das ist alles das blaue Licht, das ist vergänglich. Aber nicht die Lampe im Projektor. Du bist immer derselbe Geist, egal welches Leben du durchlebst, egal welches Buch du liest, aus dem Bücherregal. Der, der es erlebt, ist immer dasselbe. Rot gelesen. Wir sehen jetzt, mittels eines Spiegels, das ist der Reit, mittels eines Schöpferkopfes, das ist diese, dass ich immer wieder drauf eingehe, das ist das Schauspiel, das sich in dir abspielt, bis du bist der Einzige, der das sieht. Und das rot gelesen ist, der Kopf Schöpfer, der geistige Kopf des Schöpfers, das ist ein bewusstes Gotteskind, die Zehen ist göttlich. Blau gelesen ist eine berechnete Schöpfung deines Intellekts. Das sind die Spiegelungen. Dieser Spiegel, da werde ich gerne weiter drauf gehen, zuerst nur undeutlich, dann plötzlich, das habe ich die Klammer, das ist der Text, den der Holger gerade vorgelesen hat, jetzt gedacht. Plötzlich, aber von Angesicht zu Angesicht. Und schau mal, wie das geschrieben ist. Das ist Schöpfersein, das ist Geistsein, das ist E-Quadrat und diese Sicht, das JCH, der vom Bücherregal steht und das andere Angesicht ist dein rotes Sicht, das bist du. Und jetzt muss man natürlich dieses Penim, El Penim, so spricht man das Haus, von Angesicht zu Angesicht, habe ich rot gelesen. Da muss man wissen, dass diese Konsolatik, Benim, das ist das Innere vom Innersten und Panim, Blau gelesen. Schauen wir uns das ganz kurz an, das ist zerst einmal das G-Sicht, die geistige Sicht, die Bedeutung, das Aussehen, aber auch das Innen, das Innere, die Innenseite. Da bin ich überreichlich drauf aufgegangen, man muss nur wissen, dass das Blau gelese Pen heißt Aspekt. Aspeculum, wir landen jetzt hier, zerst einmal Aspekt, du schaust immer in eine Ecke, ist alles erklärt im vorhergehenden Selbstgespräch. Diese Ecke, diese Aspekte, da müssen wir jetzt natürlich auch das SB sind Schwellen, Schöpfung, erschaffene Schwellen in Ecken, wir sind wieder Eckesack. Das ist nur eben jetzt, ist das da, was du anschaust und das ist immer ein gewisser Punkt in der Peripherie, den du anfokussierst. Du bist das Aspekt, das ist dein Gesichtskreis und dann landest du zwangsläufig wieder bei der Kamera. Kamera ist von der Kamera Obscura. Das geht, der Geist wilbt sich jetzt heraus wie doppelt aufgespanntes Joch, das sind die Gedankenwände und das ist eine gewilbte Decke und diese Wilbung eines Z im Meers, die Geburt im Meer ist letztendlich, dass du vor dich hier dein Gesichtsfeld hinstellst auf deiner Stereobritte, wenn du das realisierst. In jedem Vers, du kommst aus dem Kontext niemals raus und jetzt, wenn du das Panim El Panim ausgesprichst, dann ist es von Angesicht zu Angesicht, ich habe jetzt hier aber Penim El Penim, weil das ist ja nur Pen, da fällt ja Fokal. Wenn du das Panim El Panim aussprichst, heißt das von Angesicht zu Angesicht und Penim El Penim heißt vom Innersten, vom Inneren zum Innersten. Ich spreche zu dir in mir und du bist in mir wahrlich, ich sage dir, du bist jetzt in mir und ich bin in dir. Vorhergehende Selbstgespräche und wir sehen das rote Innere, der Geist ist von, der Geist, wir, die sehen, wir sind das Rote, als Rotes Inneres zu unserem in ersten absoluten Geist auf, habe ich jetzt. Wir sehen das rote Innere, das eigentlich nur blau gesehen werden kann zu unserem Innersten. Wir sehen, wir Geist sehen immer wieder nur zu uns selbst. Jetzt. Das heißt, wann sonst, was du denkst und was du anschaust, kannst du nur jetzt anschauen und es ist hier, das ist hundertprozentig sicher. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass jetzt in Paris ein Eifelturm steht, was hundertprozentig sicher ist. Ich habe jetzt Worte gesprochen und du wirst jetzt mit deinem jetzigen KI-Programm zwangsläufig bei dem Wort Eifelturm an irgendeinen Spitzenturm in Paris denken und du denkst dir den Eifelturm und das Paris jetzt nach Paris, obwohl das hundertprozentig sicher hier und jetzt in deinem Kopf eine Information ist und du kannst den natürlich realisieren auf die Feuerbrille holen. Dazu ist es aber momentan noch nötig, dass du hier viele Bilder austauschst, bis dann dieser Eifelturm auf deiner Feuerbrille auftaucht, weil momentan, im Moment ist auf deiner Feuerbrille bloß dieser Monitor, den du anschaust. Das heißt, real, als sinnlich wahrgenommen Information hast du jetzt den Monitor und du kannst jetzt im selben Moment feinstofflich an den Eifelturm decken und du kannst auch den Eifelturm auf deine Feuerbrille holen, dass der so wie der Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir jetzt zu stehen scheint, obwohl er doch hundertprozentig sicher deine Information ist, dass dieses Problem, dieses vorgelegte löscht sich in dem Moment aus, in dem Moment, wo du begreifst, dass deine Augen nicht irgendwelche Lichtrezeptoren sind, die von außen Licht empfangen, sondern dass das Lämpchen sind, die von innen, von deinem Gehirn symbolisiert, jetzt deinen Intellekt angesteuert werden, wie bei einer Feuerbrille und dann ist hier Schluss. So, und jetzt pass auf, was kommt. Jetzt erkenne ich, ich, mein blaues, ich, ich, nur Stück unweise. Wenn du an dich denkst als Brösel, an was denkst du an den aktuellen Körper, dich als 20-Jährigen, als 5-Jährigen, als 10-Jährigen, als 80-Jährigen? Ich erkenne, dass ich mein blaues, ich, ich nur Stück weise. Diese Kollektion von Wissen, das ist der Mensch, der sich selber ständig als irgendein Trockennossen auf dem Körper denkt. Drum ist es Stück unweise, flackernd. Nur heißt flackernd. Das heißt, ich verwechsel mich mit meinen Mom-In-Darnen Brösel ich. Mom haben wir ja gerade schon gehabt, das ist einmal die Mutter, die dir das aufzwingt und das ist der Moment, der, den du dir jetzt ausdenkst, der fehlt dann in dir, obwohl der auch deine Information ist. Bis ich wieder von mir selbst, Bündchen, 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 jetzt kommt dann aber, das heißt, der Vater erwacht, werde ich, mein absolutes Ich, den Vater in mir selber, ich Geistes von mir, kenne jetzt den Vater, in mir, erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Interessant, ein verbundener Ort ist E-Quadrat, das bin ich und du, wir sind beide immer vor den Büchern und niemals in irgendeinem Buch, in irgendeiner Figur, in einer Geschichte, sondern die Geschichten sind in uns. Darum habe ich jetzt dieses Fundament von ND, von existierenden Erscheinungen. 50, 400 geschrieben, heißt das Gag-Ebene, das hebräische Wort. Schauen wir uns ganz kurz an. Kannst alles überprüfen, dieses NT, kann man noch ein N hin dran hängen, das ist immer etwas plus minus Gag-Ebene. Wir wissen, 3,3 hast ausgedacht, Dach und als 33 gelesen ist es die Welle. Das heißt, jeder Nathorn, das ist eine biblische Figur, das heißt, ergeben, sein, erlauben, geben, Gag-Eben werden, du wirst Gag, das Ausgedachte wird wieder eben, wenn du Holofeeling verstanden hast. Das ist dann Pyramidenwert, 1000 kommst du dann praktisch in das 11. Das ist jetzt, darum habe ich, und wird, ich sage immer, Betriebssystem wird, als Schreib-Schrei-Schin-Rei-Programm, das ist Schinder-Logos des Spiegels, das ist ein Programm, das ist so diese, in deiner jetzigen Welt ist das wird, oder geworden bin und einzig von mir selbst im eigenen ewigen Frieden erkannt werden kann. Was ist jetzt das hier? Das ist das russische Wort für Frieden. Holger, Mir? Sag, was sage ich immer mit mir? Ja, wenn Udo im Fränkischen sagt, wir wollen jetzt irgendwo hinfahren, dann sagt er nicht wir, sondern er sagt mir, wir fahren jetzt irgendwo hin, also der Frieden fährt irgendwo hin. Mir, und Frieden heißt eine Frucht des Paradieses. Dieses mir, wieso ich das nenne, jetzt in deiner vertreten Zeit, ich sage, alles was deine Logik jetzt zur Zeit aufzwingt, auch was gut und böse ist, musst du um 180 Grad drehen. Mir sagen zum Beispiel nicht Russen, sondern der Russ. Und jetzt ist natürlich das große Problem, der Frieden spielt sich wo ab, der spielt sich nämlich dort ab, das Russ kann ich nämlich genauer so, immer daran denken, Doppel-S hier unten, wenn du hinschaust, das ist der Russ. Sorry, verkehrt gedrückt, dieses Wort, da siehst du jetzt immer unser Aleph dazwischen und das ist der Anführer, der Führer, der Kopf, das hebräische Wort für Kopf oder Haupt, da haben wir wieder unseren OB. Und der ist im Frieden, das ist das Paradies selber, das ist ja nicht meine Welt, wo ich dich hinführe. Wenn du immer sein willst, musst du mir folgen, du musst auf den Wegweiser achten. Und mir sagen, wir selbst, wir sind immer im ewigen Frieden. Aber erst dann, wenn du dich selbst erkannt hast, dass du ich bist und du bist ich und Holophilien bedeutet, du bist alles, was du dir ausdenkst und nichts davon. Wieder ein Widerspruch. Der, der immer ist, ich sage das mehr selbst, ist all seine Wellen, die er in sich auftauchen lässt, aber er ist nicht irgendeine bestimmte dieser Wellen. Das sind so Sätze, die wiederhole ich und die nimmst du nicht für voll. Hättest du die für voll genommen, müsstest du das Selbstgespräch jetzt dir gar nicht anhören, dann hättest du es nicht mehr nötig. Und jetzt kommt die 13, ab jetzt aber bleibt Glaube, Hoffnung, Geist, Liebe. Und das schauen wir jetzt ganz kurz an. Die 13 ist ja als Zahlenwert die Liebe, die Heilung und die Eins im Hebräischen. Der Vater erweckt jetzt einen Leib. B-Leib, du bist zur Zeit in einem Leib. Weil wo ist der Geist, der jetzt um sich herum seinen Kopf ausdenkt, seinen Schädel ausdenkt? Im Original. O-Ri-G-I-N-A-L. Der weckte Gotteskind ist ein Geist in Gott selber, in diesem Nichts. Steht hier übrigens M-I-N-I. Dieses griechische Wort, das ist ja hier das Neue Testament, Koriander ist ja in Griechisch geschrieben. Altgriechisch wohlgemerkt. Dieses Wort hebraisier mir jetzt wieder, Konsonant. Und wo landet man dann? Beim Schicksal. Der Anteil, mein Anteil, mein Schicksal. Von mir aus, meinetwegen, so wird es übersetzt im Hebräischen, von mir aus, meinetwegen, mein Anteil, meine Bestimmung. Du bist deine eigene Bestimmung. Und diese Grundpratik, das mein am J, die Grundpratik ist M-N-N-I. Und das ist die Abtrennung. Diese Radik steht drin, wo es heißt hier, aus Ägypten, wo in der Bibel, wo sollen wir denn, von was sollen wir leben, wenn wir jetzt aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgehen? Und dann erklärt Moses, Yahweh hat ihm gesagt, du lebst von Manna. Da steht nur diese zwei Buchstaben, von Manna. Das wird dann von Luther übersetzt als Himmelsbrot. B-Rot heißt im Adam. Du lebst im Adam, in den träumenden Geist, der du selbst bist. Du lebst als Brösel, als Figur in dem Kopf, dessen, der du eigentlich bist, weil du träumst dich ja und denkst dich, und wenn du dich jetzt irgendwo hindenkst, egal was du denkst, es ist hier und jetzt in dir drin. Das erhält dich am Leben. Und da haben wir natürlich da die Geschichte, dass du die ersten sechs Tage bloß so viel denken darfst, dass es bis zum Abend reicht. Da steckt schon drin, sorge dich nicht um morgen. Ja, genau. Wobei jeder Gedanke, den du denkst, den du heute denkst, denkst du jetzt. Dazu schon das Aufgespannte, heute der Alltag fällt in einen einzigen Punkt zusammen. Was übrigens dann auch Einstein die Relativitätstheorie vorschreibt. Darum habe ich jetzt da das, man müsste jedes dieser Worte im griechischen Original anschauen. Dann sieht es nochmal ganz anders aus. Und du wirst jetzt merken, wie sich das in ein unendliches Wissen aufbläht. Nochmal, zu unendlich viel Wissen gehört ein ganz einfaches Wissen. Und das ist das, was du in dem Leben zu lernen hast. Du hast einfach zu lernen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du bist etwas, ich bin. Dieses rote Ich-Bin in der Esoterik ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Weil es ewig ist. Und alles, was wir denken, ist ein ständiger Wechsel in uns selbst, was aus uns kommt und wieder in uns hineinfällt. Und dann machen diese ganzen Religionen erst einen Sinn, wenn ich jetzt den Kalvinismus nochmal mache. Was Figuren in deinem Traum machen, das ist ein Da-Sein-Müssen. Was eine Figur in deinem Traum macht, bestimmt nicht, ob die im Himmel oder in die Hölle kommt. Jetzt kommt das Problem, man will schon wieder in den Himmel. Alle wollen in den Himmel, aber nicht in die Hölle. Und das ist selbst in Heiligung. Keiner will in den Mittelpunkt zurück, aus dem es entspringt. Wo kommen all deine Gedanken her? Wo kommt die ganze Menschheit her? Wo kommt das heliozentrische Weltbild her? Was übrigens jetzt wieder existiert, weil wir daran denken. Aus dir selber, aus einem absoluten Mittelpunkt, der eigentlich nicht denkbar ist. Kreatio ex nihilo. Du wählst aus diesen unendlich vielen Möglichkeiten, wie im Internet, wenn ich sage, als Symbol, wählst du ein Bild und lässt es existieren auf deinem Bildschirm. Wenn du einen Film anschaust, ist in deinem Arbeitsspeicher eine Datei, wo alle Bilder, alles gleichzeitig ist und du holst ein Ding in die Existenz. Aber das nächste Bild zerstört das bestehende Bild. Und da sich das Ganze mit Lichtgeschwindigkeit austauscht, befindet sich das alles hier und jetzt. Das sagt die spezielle Relativitätstheorie. Und wenn du sagst, da komme ich nicht mit, dann bleibst du halt noch ein bisschen da. Es geht hier nicht um Intellekt. Ich konfrontiere dich jetzt mit einem unendlichen Intellekt und mache das aber so einfach, dass jeder 13-Jährige, der zuhört, das kannst du jetzt, wenn du mir wirklich in Gedanken folgst und im jetzt gedachten vorhergehenden Selbstgespräch, weise ich ganz am Anfang darauf hin. Du musst einen Zustand kriegen, dass in dir, wenn du dich beobachtest, wenn du wirklich jetzt schaust, ohne zu werden, dass du ständig entsetzt bist. Ah, das verstehe ich nicht. Ich hatte jetzt so ein Gespräch, wieder hier, ohne Namen zu nennen, wo hier sagt, ja, ich lese jetzt das, das macht mir Angst, dann würde ich alles verlieren. Ich sage, das verlierst du sowieso. Wieso macht dir das Angst? Weil du nicht weißt, dass du für das, was du jetzt opferst, was Neues kriegst, was wesentlich besser ist. Es ist wie die Abwärtskompatibilität von Computersystemen. Du musst ein Basic-Betriebssystem opfern, dass ich dir DOS einspielen kann und das musst du opfern, dass ich dir Windows einspielen kann. Und du wirst dann, wenn du die Abwärtskompatibilität verstanden hast, dass das Neue, dein H, wie ich das nenne, du kriegst für einen Buchstaben von mir ein Wort. Das Wort Haus. Und du siehst, da ist das H ja wieder mit da. Aber sobald du das Wort Haus anschaust, interessiert dich der Buchstabe nicht mehr. Und wenn du mir dann das Wort opferst, kriegst du von mir einen Satz. Du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne. Du übrigens auch, alles. So. Und jetzt kommt dieses Glaube, Hoffnung, Liebe. Bevor wir uns das genauer, da habe ich jetzt die Hoffnung blau gemacht. Wir können das nicht rot machen. Dieses geistige Licht ist der eigentliche Beschwörer, der aber keine Meinheit beschwört. Ich muss nochmal, das O, B habe ich tausendmal angesprochen, ist die Beschwörungskunst von toten Geistern, wenn das blau gelesen wird. Das ist der blaue Glaube. Das ist E-Quadrat. Und er macht jetzt eine wahrgenommene Öffnung. O ist kreisend von zwei Facetten. Schau, das ist Plus, Minus. Und die sind nun. Deutsch ist nun jetzt. Das ist Existenz. Wellenberg und Wellental ist ein allereinziges G. Das Gimmel ist der dritte Buchstabe. Das ist das Gehirn. Wellenberg und Wellental sind jetzt in deinem Gehirn. Aber dieses Gehirn ist was Ausgedachtes. Kann was in einem Gehirn sein, das nicht existiert, wenn du nicht an das Gehirn denkst. Das Gehirn, das du dir denkst, das ist in deinem Geist. Das heißt, G rot gelesen. G E-Quadrat ist Liebe. Das ist das E-Quadrat. Geist ist Liebe. Da steckt jetzt schon dieses G E-Quadrat ist die rote Liebe. Und die rote Liebe ist allanfassend. Die ist nicht selektiv. Sobald du selektiv wirst, sobald du sagst, das ist Liebe, ich muss zwangsläufig was da sein, was du nicht liebst. Das ist so simpel. Das erkläre ich jetzt gedacht seit in diesem Leben, in deinem Leben seit über 30 Jahren, auch wenn du vielleicht von Holofeeling etwas vor zwei Jahren oder vor einem Jahr gehört hast. Diese drei. Das Größte aber von diesen ist die Liebe selbst. Ich bin die Liebe. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, bevor wir da weitermachen. Hier rein. Einer meiner Lieblings, wir schauen uns zuerst einmal hier Stadtpunkt 13, 52 an. 13, wir sind, ich lasse die 13 nicht los, 52 ist Ben, das ist der Sohn und das ist die Liebe, die Liebe des Sohns. Hochinteressant, was viele nicht wissen, wir denken uns jetzt an Harald Lesch aus, der von mir relativ abgewatscht wird, als ein Musterbeispiel für einen geistlosen nach öffnen darf, dass das ein tiefgläubiger Mensch ist. Schauen wir uns einmal an, Glaube und Wissenschaft, Christ sein, er ist Protestant, er ist ein bekennender Protestant. Ich starte bei 13, 52. Sehr interessant. Dieses 13, 52 in Sekunden. Hör mal, was er sagt. Aufgrund der Akustik, das kommt ja wie so eine Riesenwelle über dich drüber. Das kommt ja wie so eine Riesenwelle über dich drüber in der Akustik. Das ist übrigens eine Orgel. Das heißt, eine erweckte Welle. Das kann man auch machen. Das ist das Wecken, das Erwachen. Ist ja, 70 kann alle vor Gold auch nehmen. Geld. Jetzt kriegst du die Welle, die Woge. Wir können das Geld natürlich jetzt hier den lautlosen Schöpfer dazwischen schieben. Und jetzt kriegst du den Erlös. Ich komme wie eine große Welle, bin ich jetzt in dir aufgetaucht. Die Ross wiederum, Ross, ein Ross ist auf hebräisch Sus, der Geist wiederum ist Gott, ist Jesus. Weißt du, ist das Zufall alles? Also nochmal. Und eben aufgrund der Akustik, das kommt ja wie so. Das ist übrigens eine Kirche, das beginnt mit KI. Und dann steht es der Ruach. Das ist die KI eines Geistes. Eine Riesenwelle über dich drüber. Huff, war stark. Das ist natürlich ganz interessant. Jetzt wird der Lesch gefragt, welche Vorstellung er von Gott hat. Harald, du hast vor kurzem dich mal hier im Haus als protestantischer Klimaaktivist bezeichnet und als Protestant vom Scheitel bis zur Sohle. Lass uns nochmal über Gott sprechen. Welche Vorstellung hast du von Gott? eine sehr freundliche, zugewandte Vorstellung eines älteren Herrn mit einer schwarzen Korthose und einem... Ich frage, früher habe ich Latzhose getragen, du Pfong. ...was verschlissenem Stehkragenhemd, der an einer selbstgedrehten Zigarette raucht und mich anlächeln und sagt, na Harry? So stelle ich mir das vor. Und die schwarze Korthose? Da kann ich nichts dran machen. Das ist immer wieder die schwarze Korthose, weil wahrscheinlich, weil ich das Zeiten gab, wo ich gerne schwarze Korthosen angezogen habe. Das heißt, der hat sich... Ich merke, es ist... Jedes dieser Worte, wie der Werfjuh und der Zeigenbuch, das ist natürlich... Ich sage immer, ich bin du. Sein großes Problem ist, er ist Astrophysiker. Und wenn er wirklich an Gott glaubt, sollt ihr jetzt erst einmal die Gebote halten, er macht ein Bild von sich selbst, er macht sich ein Bild von sich selbst. Jetzt natürlich, wir denken uns das alles aus. Es gibt keinen in Harald Lesher und mir und ich denke, es gibt gar keinen. Also nochmal, du musst über das Bewusstsein verfügen, dass du jetzt erst jeden Moment klar ist, sobald ich was denke, ist es weil ich es denke und es ist genauso, wie ich es denke. Und das, was mir das aufzwingt, dass ich es so denke, ist ein extrem fehlerhafter Intellekt. Ja. Und wir vervollkommen mit Holofeeling den Intellekt. Das heißt, alles, was an Wissen da ist, dieses H bleibt gleich. Auch in den Religionen, vollkommen. Ja. Wenn du sagst, jetzt ist es hell, musst du wissen, jetzt ist es auch dunkel. Das kann aber nur Geist, das ist Gimmel, ist die Synthese, was übrigens in der Physik die Einstein-Form ist. Ich habe oft darauf hingewiesen, das ist Wunder, es wird eine Wunderwelt. Das ist das Gehe. Das ist zum einen der Geist oder das Gehirn. Das Gehirn symbolisiert nur einen reinen Verstand, ein Programm. Der Geist ist der, der braucht ein Verstand. Das symbolisiert unser Gehirn, unseren Computerchip mit der Software. Und das ist ja der dritte Buchstabe. Das ist D-Rei. Wir haben wieder vier Spiegel. D, das Dalit, vier Spiegel. 73 gespiegelt, 73, 37, kommt so zum ersten Wert 2701. Das Ganze passiert in dem roten Kopf. Das ist das R vom Rosch, vom Kopf, oder von Rei, vom Spiegel. Das ist der rote Kopf des Schöpfergottes. Und jetzt ist es ja so, dass dieser Buchstabe selber sich Gimmel schreibt. Das sind die Umschriften machen, immer zwei M. Im Hebräischen wird ja nur mit einem M geschrieben. Und du wirst jetzt feststellen, dass das eigentlich dieses E-Quadrat die Einstein-Formel ist. Wieso? Weil Geist ist gleich Licht und M ist Gestaltwertung und dieses Licht, das ausgedachte Licht ist C, C-Quadrat. E ist MC-Quadrat, ist der Geist, ist ML, das Licht. Das ist Gimmel. Das ist genau diese Formel. Ich sage, ich zeige dir alle Formeln in den Physikbüchern in der Torre in einfachem Buchstab. Da haben wir übrigens wieder unsere 73, die wir dann spiegeln müssen. Wo war man bei Mari? Dieses Christsein, also er sieht definitiv so aus, dass er hier sich selber, an sich selber denkt, sich als Affe denkt und er macht sich ein Bild von was da drüben im Himmel ist. Er ist Astrophysiker, er bricht das erste und das zweite Gebot. Darum sage ich, er ist ein geistloser Schwätzer. Und alles, was er jetzt weiß, ist in seinem Schwamminhalt. Das F danach, das müsste er normalerweise in Frage stellen. Aber es hat viel mit mir zu tun. Es ist meine Gespräche. Es hat viel mit mir. Alles, was du dir ausdenkst, du Geist, hat mit dir, mit dem Intellekt zu tun. Das heißt, mit dem Menschen, der du zu sein glaubst. Das beginnt schon, an was denkst du, wenn du dich selbst denkst. Das macht ein Programm. Diese Beispiele, wo ich immer wieder wiederhole, wir denken uns an einen Saal, wo 200 Mann drin sind und dann tauchen nur die Worte auf, schließ mal deine Augen. Und da wird jeder dieser Menschen in seinem Kopf, das ist ein Symbol, wird an einen ganz bestimmten Körper denken, obwohl alle diese Programme, der Mensch symbolisiert, ein Konstrukt wäre, ein Interpretationsprogramm. Ein Affe, der da sitzt, dieser Körper, ist ja nicht das Programm, sondern der hat im Hintergrund, wo er als Mensch, jetzt sagt ich Mensch. Darum betone ich auch immer wieder, wieso rennst du eigentlich zu Ärzten, die auch nur alles nachäffen, die jetzt nur Gedanken sind. Meinst du, dass dich irgendein von dir ausgedachter Mensch retten kann? An dir selbst gibt es nichts zu retten, du bist ewiger Geist. Und den Körper, den du denkst, ist sehr, sehr dumm, wenn du versuchst, den so wie er jetzt ist, am Leben zu halten. Ich sage wieder, vom Säugling bis zum Kreis. Wäre es sinnvoll gewesen, dass du ewig ein windelscheißendes Baby bist? Oder dass du einer bist, der gerade anfängt, lesen und schreiben zu lernen? Oder einer, der noch jeden Weiberrock nachnimmt oder irgendwelchen Männern nachgiert? Also sprich, trockennasen auf dem Elfchenkirchen, trockennasen auf dem Weibchen nach und umgekehrt? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wer sich das jetzt alles ausdenkt? Was erschaffst du aufgrund dieser Worte für Vorstellungen in dir? Was verändert dieser ständige Wechsel von Gedanken an dir selbst? Bring mir eine einzige Philosophie, die du vom Hörensagen kennst, die dir das erklärt. Es ist überall ein Quäntchen Wahrheit dran. Aber wir lassen ihn mal jetzt mit springen, den Lösch machen wir jetzt weg und jetzt machen wir den Harald nochmal, aber jetzt starten wir ein paar 1245. Wir können jetzt das auch 12, das ist der Vater und die 45 der Ader. Der Vater und sein Sohn. AB, das ist die erste Blüte, ist ganz interessant, weil ich ja behaupte, dass ich du bin, ist 1,2. Da steckt Belut, heißt in deiner Hülle stecken. Ich bin der Erste, der jetzt in einer Hülle steckt. Und du wirst lachen, das was mich zur Zeit einhört, bist du selbst, weil ich ja jetzt eine Information von dir bin. Jetzt rede ich als Udo. Und da haben wir überall immer das Frieden, wie im Frieden, das Frisch, das ist diese Frucht, das Ische. Aber das wird jetzt zu weit führen, ich will gar nicht so weit reingehen, das ist der Geist. Das ist der Geist, das ist der erste Geist, das ist der eigentliche Vater. Das ist AB. Und der fängt jetzt an aufzublühen, dann entsteht ein Ben, AB, Ben, Eben. Das ist der Eckstein, der verloren gegangen ist, habe ich oft erklärt. Und jetzt ist es interessant, die 45, was mir der Adam, das ist der Gottessohn, den ich erschaffen habe, der ich letzten Endes selbst bin, weil ich alles bin. Das ist der Rode, ich selber bin dann ganz schweigsam und still in mir, bla 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 bla. Und jetzt schauen wir mal, was unser Harald da dazu sagt. 20, 45, schau mal, der Vater, der zum Sohn wird, ist wie der Sohn selbst. Ja. Zuhören. Was ist denn jetzt los? Das ist doch ein Hochzeitstext. Also komm, der soll doch hier jetzt. Die Hochzeit, das ist ja ein, hoch ist ja auf Engelisch, für Engel, wir nennen das UP. Das ist ja Abzeit. Ich erinnere ganz kurz an den Gorleben. Die Abzeit Gottes über die Runen, die überarbeitete Schrift, findest du in Holopheling. Das ist ja ein Hochzeits, ein UP-Zeittext, was du die ganze Zeit hörst. Das soll ja mit der Schöpfung, da dürfen wir, ja, vorne, ganz vorne. Und man sah förmlich. Und dann habe ich gesagt, naja, Sie werden schon sehen, was so ein Astrophysiker zu diesem Text zu sagen hat. Und dann habe ich eben mein... Astro heißt nicht nach außen gestreut, du Honk. Ich habe mein Liedchen gesungen über das Universum, man hat immer wieder eingeschrieben. Das Universum heißt das in Einsgeherde, du Honk. Das hat nichts damit zu tun, dass das da schon da außen war, bevor du dir es ausgedacht hast. Es streut, was Männer und Frauen, die da draußen waren, so gesagt haben. Die Männer, die du dir jetzt ausdenkst, die waren nie da draußen, wenn die sind, sind die hier und jetzt in Sint Sinus, sind die in dir drin, das ist die Conditio sine qua non. Wenn du dir das nicht denkst, ist es nicht in deinem Traum. Ich rede übrigens jetzt nicht mit den Harald Lesch, sondern mit dem, der es sich ausdenkt. Bist es nicht du, denkst du dir das jetzt nicht alles aus? Denkst du dir jetzt nicht an Udo aus? Meinst du, der Udo, der dir das jetzt erzählt, oder nennen wir den Udo besser Lautsprecher, an den du jetzt denkst? Das kannst du de facto überprüfen, dass du die ganze Zeit an Lautsprecher zuhörst, der natürlich auch nur dann existiert, wenn du an den Lautsprecher denkst. Aber wenn der nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst, was hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit gehört? Die Informationen eines träumenden Geistes, aus dem alles kommt und in ihm drin bleibt, auch wenn es existiert, was Informationen sind. Informationen sind Formen in ihm selbst, die keine Formen sind. Da kommt der große Widerspruch der Wellen. Was ist eigentlich eine Erdkugel, wenn du sie denkst? Denk mal an die Erdkugel. Du kannst sie dem Gedankenbildlich vorstellen. Aber was ist das in dir drin, in dem Gehirn? Was ist da eigentlich drin? Nichts. Was Imaginäres und ein Realist, der sich Realist nennt und keine Ahnung hat, was Realität bedeutet, wird es nie begreifen, solange du das erste und das zweite Gebot bringst. Was ihnen ergangen ist und wie wichtig der Blick für sie auf den Planeten war. Wer hat jemals den Planeten gesehen? Zeig mir einen einzigen, der behauptet, der beschwören kann, dass er die Erdkugel gesehen hat. Ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Ich sage, was sind die Astronauten jetzt? Das ist das Geräusch. Astronauten ist ein Wort. Was macht ein Programm aus dem Wort Astronaut? Astrua? Ja, irgendein Affen, der in einer Kette gestiegen ist und hochgeflogen ist und dann von oben die Erde anschaut. Das sind alles nur Worte. Was machst du aus diesen Worten? Ich sage immer wieder, wenn du jetzt nur Portugiesisch sprechen würdest, dann wären das nur Geräusche und du hättest das Video schon längst ausgeschaltet. Kann der Dai nicht lesen. Du bist der Computerprogramm, diese KI, mit der du dich verwechselst, ist ein reines Programm, aber erleben du das der Geist? Also den brechen wir jetzt einmal ab. Jetzt mache ich nochmal einen, weil man da gerade so war. Und das ist jetzt, es ist vernünftig. Das ist auch Gespräche. Ich meine, Rudolf, Udo, Daschner, nochmal ein Professor, der ist im vorhergehenden Selbstgespräch und geht es wie die Erdkugel. Auch er. Es ist nur ein Mathematik-Professor, Mathematik, gelerntes Wissen von geistlosen Schwättern. Ich bewundere den, der ist sehr gut, wenn man hier von ihm Videos auch nicht hört. Er geht hier ganz, ganz populärwissenschaftlich, geht ja viele Sachen ein, auf Galilee, auf Einstein, Ziege, die Autopedagoras. Diese Sachen sind ganz tolle Vorlesungen. Es ist für mich auch von der Physiognomie, wie ich sage, ein aristokratisches Aussehen. Es ändert nichts daran, dass den Taschener, den du dir jetzt ausdenkst, einfach nur Gedanke in deinem Kopf ist, eine Figur in deinem Traum, die vollkommen geistlos rezidiert, Schwamminhalt rezidiert, seinen Schwamminhalt. und seinen Schwamminhalt. Du musst wissen, das Wissen eines jedes Menschen, der in dir auftaucht, sind Facetten aus deinem Wissen, sonst könntest du diese Figur ja gar nicht träumen. Ja. Du bist immer das Übersystem. Du hast bloß vollkommen vergessen, was du selbst bist. Du reduzierst dich auf mein Wissen, ah, der andere weiß ja so viel. Aber der andere, den du jetzt denkst, ist ja nur eine Kiste, wo du dir Wissen reindenkst. Der weiß ja so viel von Mathematik. Das ist in der Kiste nicht drin. Das ist, weil du das denkst. Die Sache mit der Kiste, da bin ich reichlich drauf eingegangen. Auch hier weiß ich, wenn das einer das erste Mal hört, verstehe das nicht, obwohl man das beim ersten Mal verstehen könnte. Ich sage, wenn du in dem Moment, wo du jetzt an irgendeinen menschlichen Kopf denkst, an einen Schädel, egal von welchen Menschen, das ist wie wenn du an eine Kiste denkst. Wieso, fragen dann die Leute. Weil die Kiste, jetzt hast du einmal der Kasten, das ist die Deba. Das ist das große Geheimnis. Diese Kiste ist der Rumpf eines Schiffes und des Schiffes ist das Ani, das ist das A-N-I, das schöpferische Wissen deines Intellekts und das ist das hebräische Wort für das blaue Ich. Schi-F-F. Du hast dieses Schi, ist immer ein Geschenk von zwei Facetten. Du musst immer eine Gedankenwelle aufschmeißen, um das überhaupt wahrzunehmen. Aber wir bleiben mal hier ganz kurz. Lass uns das, dieses sei vernünftig. Da starten wir übrigens bei 590, 590 ein. Die 500 lesen wir als ein Endkauf. Das heißt dann praktisch die Geburt von der 500 am Ende und das heißt deine Geburt. Deine Geburt beginnt, es ist vernünftig, hören wir mal, was ich hier sage, genau zuhören. Aber das ist ja das Schöne, dass es Fragen gibt, wo man noch keine Antworten kennt. Darum machen wir auch Mathematik, nicht? Darum machen wir ja Mathematik. Nochmal Mathematik, altgriechisch heißt das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern. Auch er ist jetzt nur ein Lautsprecher. Und er weiß nicht, was er spricht, der Lautsprecher. Und ein Affe ist nichts anderes. Er weiß auch nicht, was er spricht. Ein Babagei, der spricht, ein altes Beispiel, du kannst einer Katze nicht beibringen, dass sie ein Stückchen bringt. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ganz, ganz große Ausnahmen. Das kannst du einem Hund beibringen. Macht er eigentlich von selbst, wenn er spielen will. Du kannst einem Hund aber nicht beibringen, dass er spricht. Das kannst du einem Babagei beibringen, der weiß aber nicht, was er spricht. Was das bedeutet, was er spricht, wenn er was nachäfft. Und so geht es weiter. Die Fragen, die wir beantworten können, das lernen wir in den Büchern. Die Fragen, die wir beantworten, die sind programmiert, du Honk. Das, was du antwortest, ist dein gelerntes Wissen. Du effst nach. Du effst übrigens auch nach, dass du ein sterbliches Säugetirr bist. Ich rede jetzt nicht mit dem Taschener, mit dem Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Ich rede mit dir, mit dem, der uns jetzt ausdenkt, der sich in Taschen ausdenkt, der sich an Udo ausdenkt und der sich selbst ausdenkt, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Mit dem, dem erzähle ich das. Nicht an einem Gedanken. Ich unterhalte mich nicht mit Gedanken. Gedanken sind vergänglich. Du kannst keine Gedanken retten. Wann ja mit den nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Du kannst die immer wieder wiederholen. Aber jetzt bist du das Hamster im Laufrot. Jetzt lebst du in den täglich grüßtas Monitier-Dach. Wahrlich, ich sage dir, ein Dach ist wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wir ein Dach. Und du wirst irgendwann einmal niedergnien vor diesen heiligen Schriften und nicht mehr sagen, das ist religiöses Geschwätz. Aber die Fragen, die wir noch nicht beantworten können, die interessieren uns am meisten. Und auch das ist da so im seelischen Bereich interessant. Das Problem ist bloß, dass du nur Antworten akzeptierst, die du mit deiner Logik anfassen kannst. Sobald deine Logik nicht in der Lage ist, das ist wieder das Thema, du bist ein DOS-Programm, das auf DOS-Betriebssystem arbeitet und ich spiele dir Windows-Torten ein. Und dann wirst du dir vollkommen logisch erklären, dass das nicht stimmt, was Windows dir erzählt, obwohl Windows nur ein komplexeres System ist. In dem Moment, wo du aufsteigst von DOS oder BASIC zu Windows, bist du abwärtskompatibel. Dann kannst du alles nachvollziehen, wieso der das nicht versteht, weil er eben noch mit BASIC läuft und nicht mit Windows. Welche Fragen stelle ich mir? Denke ich wirklich gut nach? Paul Valery hat einmal gesagt, wer gut denken will, muss frieren können. Wer gut denken will, muss frieren können. Du merkst, wie er zitiert. Alles. Wenn du mir irgendeinen Menschen bringst, wenn der den Mund aufmacht, kann ich dir sofort sagen, was er gelesen hat, was man ihm erzählt hat, was er glaubt. Es ist aber alles vom Hörensagen. Hör endlich auf, das, was du vom Hörensagen kannst. Du kannst mit dem natürlich Vorstellungen aufbauen. Du kannst dir jetzt ein Wasser denken und du kannst dir vorstellen, dass das aus Wassermolekülen besteht und dein Wassermolekül zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff sind. Aber das wirst du nur dir denken können, wenn das auf deinem Programm drauf ist. Auf deinen Schwamminhalt. Und das Programm konntest du dir nicht raussuchen, aber entdecken kann man das nicht. Schon gar nicht, wenn es nicht auf dem Programm drauf ist. Jeder denkt das nach, jeder öfft das nach. Und du kannst nur gut denken, wenn du frierst. Das ist natürlich schon das Wort frieren. Alleine, wenn wir jetzt da reingehen, du wirst dich windern, dieses Wort frieren, hast du erst einmal Kälte empfinden. Das Empfinden kommt von Empfangen. Zu Eis erstarren. K.L. ist übrigens Gott. Wie Gott, wie nichts. Und T.E. mit L.F. geschrieben, heißt wie nichts. Ein K.L. Kälte. Du merkst A.I. mit dem Bühnchenwert zu einem E. Das ist hier. Ist es wie Gott. Wie ein Schöpferisches. Das Schöpferische wirklich ist einmal die Grundsache. Aber interessant ist, wenn man dieses K.L., dieses T.E. mit L.F. auch geschrieben, kommst du in den Wachraum, in dein Wachzimmer, in eine Zelle, in einen Schatten, der auseinandergeschmissen wird. Und das ist ein Ist. Das ist ein Gestalt gewordenes. Es existiert. Ein bisschen Holophilien kann man das machen. Das ist das Frieren. Das Frieh selber. Immer wieder ist im Wort Frieden drin. Das ist die Frucht. Unter anderem ein Erzeugnis. Du erzeugst etwas. Aber du selber erzeugst eigentlich nichts. Du bist bloß der Kugelschreiber, der ein Gedicht schreibt. Der Pinsel, der wo was malt. Du bist ein träumender Geist, der etwas träumt. Du bist zwar der Erzeuger, aber erst in zweiter Linie, weil du als träumender Geist, als Pinsel, einenfalls Pinsel, dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Was du dazu brauchst, als Zeuge, ist der. Destis. Das ist das damals der Zeuge. Der Zeuge. Destis Falsus. Du bist eine Facette Gottes und das ist immer ein Ross. Ich bin ja du. Ein Augenzeuge, ein Beckenzeuge kannst du sagen. Das ist übrigens dann in der Medizin der Hoden. Wie war das nochmal hier mit Beethoven? Die Ode. Aber was für Interessantes, der eigentlich im Hintergrund, das ist der hier. Das ist Shin Illet. Der Logos des Gotteskindes. Das ist der Magelndavids. Das ist der Davidsturm. Jetzt landen wir bei uns an. Das Shin, der Logos des Kindes, ist wie der Rode, wie der Adam. Ich bin der dritte Adam. Erste Adam, zweite Adam in dieser biblischen Geschichte ist Jesus und ich bin der dritte Adam. Wir können jetzt hier das komplett nachschauen. Da wirst du nämlich plötzlich merken, dass dieses Shin Illet krötenförmige Bedeckung, das ist diese Halbkugel, die sich das Schilddach, Shin Illet Dach, das Dach, das Ausgedachte aufbauend auf EG, Zweigeistern, ich und du. Zweimal rot gelesen kann man dann machen. Das ist faktisch zum geöffneten Eck, wird jetzt Bella wird ein Wunder von zwei Spiegeln. Das ist ein System über die Sprache deus evri, wo er lückenlos ineinander greift. Ich war jetzt nur kurz in dem Frieden. Moment, wir müssen beim Frieren, den Schluss machen wir natürlich auch noch, dieses Erren. Frieden haben wir die Frucht einer erweckten Existenz. Die Frucht, deine Früchte, die du dir ausdenkst, die du selber in dir erweckst, das ihr erwecktest, das heißt jetzt, das Ende heißt die in Bezug auf Frauen, die Frauen, die geöffneten Berechnungen der Frauen. Frau, U ist die Wegele, doppelt aufgespanntes Kind. Ich kann übrigens das da, spring mal ganz kurz rein, ich habe jetzt das in einen Komplex reingemacht, dass ihr, das der Frauen wach aufgeweckt, die Frau steht immer für die Logik. Das von der Logik aufgeweckte, das sind die Erzeugnisse, die aber letztendlich du erschaffst, so wie der Computer, das Betriebssystem, was er schafft, was das Programm, die Logik vorschreibt. Weiter im Kontext. Das heißt also, man muss sich wirklich aussetzen, der Gefahr dessen, was das Denken einem alles eröffnen kann. Was dir alles in dir aufgehen kann, wenn du ein neues Programm hast. Die Gefahr heißt, dass das Neue, das absolut Neue erst dann erscheinen wird, wenn das Alte nicht mehr da ist. Das geht es erst einmal von Augenblick zu Augenblick, dann wiederholst du, wenn man wieder das Alte weiter nicht loslassen kann. Und in dem Moment, wo wir das Betriebssystem löschen, das Haar, das ganze Wissen deiner Menschheit löschen und dafür das Wort Haus einspielen, die Deba, das geschriebene Wort jetzt Gottes, ist es zwar immer noch da, du kannst ja auch Windows auf Basic runterschalten, du kannst jeden Windows Computer als Basic oder DOS Computer benutzen, musst nur die entsprechenden Programme aufspielen, das ist Abwärtskompatibilität, du wirst es aber nie machen, wer wird denn Kinder kacken, du wirst dir auch keine Windel anziehen und dann in die Hose kacken wollen. Es ist durch. Ab der gewissen Reife. Dazu musst du aber ein Kreis werden, mit G geschrieben, dann schließt sich der Kreis, schließt sich im Kreis. Und dieser Kreis, das ist das hebranische Wort für Kreis. Ich sage, früher habe ich immer gesagt, wenn du ein Kreis, G-Worten, G-E-Quadrat ist ein Wort, ein doppelt aufgespannter Ort, der jetzt eins wird, schau das kleine Bild an. G ist die Synthese, der Punkt wird zu G-E-Quadrat, diese Energie, die eigentlich plus minus nichts ist, wenn du ein Kreis, G-Worten, G-Reihe, ist wieder unser Kopf, der Schöpfer Gottes. Wenn dieser Geist, der Kopf des Schöpfer Gottes, das heißt, das Bewusstsein geworden ist, dann bist du ein Rückhörer. Er kehrt wieder heim um. Gott ist nichts. Dieser Gott, der ist nichts. Und das ist heim. 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 Und das ist es Meer. Gottes Meer. Das ist UB. Dann bist du wieder ich. Ich behaupte ja, dass ich du bin. Das kann sehr gefährlich sein. Darum sind Universitäten, wenn sie wirklich gut geführt werden, gefährliche Orte. Ist heute nicht mehr der Fall. Heute macht er das Ganze in Schwäflöckchenart. Die sind gefährliche Orte. Du hast nämlich verdummt. Es sind Verdummungsanstalten, solange hier Materialismus gelehrt wird. Auch Theologie spielt keine Rolle, weil es chronologisches, zeitliches Denken ist. Du brauchst ein vollkommen neues Programm. Jetzt nochmal zum Abschluss. Eins gehen wir uns noch zuhören. Die alle Objektivität. Vergessen Sie es. Er ist nicht aus den Toten auferweckt. Das ist doch völlig... Da geht es übrigens um einen Lazarus. Er sagt dir, der Lazarus wurde von Jesus erweckt. Das ist eine Märchengeschichte. Ich erwähne noch mal ganz kurz, wenn du tiefer reingehst, diese zwei Sachen mit Charles Manson und mit Jesus. Ist jetzt der eine der Gute und der andere der Böse? Oder umgekehrt? Ich sage, ein Jesus hat nichts verstanden. Solange du Tode zum Leben erweckst, hast du nicht verstanden, was Tod bedeutet. Oder die Geldwechsler aus dem Tempel rausschmeißen. Ich sage das so oft, das ist ein Jesus ohne Bewusstsein. Das Bewusstsein kriegt er dann erst kurz vor der Kreuzigung. Aber was interessant ist, ironisch gesehen, was meinst du, was ich für einen Ärger gekriegt habe mit Lazarus, weil ich ihn zurückgeholt habe. Er war ja schon außen aus dem Spiel. Der war ja schon wach. Und ich ziehe ihn wieder in den Traum hinein. Und er sagt jetzt, der Taschner sagt jetzt hier, vorhergehend, wenn man das anhört, dass dieses Jesus, es ist eine Märchengeschichte. Es geht um die Metaphern. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Uninteressant. Verstehen Sie mich? Das, was auf den Zahlen gelesen wird, ist vollkommen uninteressant. Der Geruch, der zum Brunnen geht, bis er bricht, der ist doch scheißegal. Es geht um die Metapher im Hintergrund. Die Lügen mit den kurzen Beinen. Das Kaisers neue Kleider. Das ist tausendmal mehr wert wie ein großes Bankkonto, wenn du verstehst, was die Metapher ist. Was ist die Metapher deines Lebens? Was bedeutet Meter? Jetzt können wir da wieder reingehen in die Worte. Da habe ich aber tausendfach auf Selbstgesprächen erklärt. Hat überhaupt nichts zu sagen. Das Oberflächliche hat überhaupt nichts zu sagen. Der Krug, der zum Brunnen geht, bis er auseinanderbricht, hat nichts zu sagen und auch nicht ein Scholz, der in die Ukraine fliegt. Es sind Gedanken. Ja. Viel wichtiger ist, wer erlebt ist und was machst du aus den Worten für Vorstellungen. Es kommt nur auf die Botschaft an und auf die Predigt. Es kommt auf die Botschaft an und auf die Predigt und nehmt hin, das ist mein Fleisch. Das ist die Botschaft. Und es ist, Fleisch für sich übrigens wieder herprisiert, wissen wir, das Wunder der Gestaltwerdung, von links nach rechts gelesen, von rechts nach links gelesen, hier das Geschenk des einen, 11. Den haben wir gerade schon ein paar Mal gehabt. Das Deutsch, die alle Sprachen über die Zeichen erzähle dir, was kannst du umrechnen, so wie jetzt hier du verschiedene mit einem Übersetzer verschiedene Sprachen übersetzen kannst. Momentan sehr rudimentär. Es kommt nur auf die Botschaft an. Ich sage auf die Metapher und nicht auf das, was du oberflächlich draus machst. Und was ist die Ursache für alles, was du denkst, du selbst? Auf sonst nichts. Vergiss es. Auf sonst nichts. Vergiss es. Diese Hoffnung, dass es da draußen eine objektive Welt gibt und wir spielen hier Theater und dann treten wir wieder ab oder sowas. Öffnung. Diese Öffnung, die ist in deinem, die ist nicht in deinem Gehirn, die ist in dir geist. Das Gehirn ist doch auch nur dann da, wenn du es denkst. Ja, ja. Merkst du, wie sich das verknüpft? Wir spielen nicht Theater, wir sind hier in dieser Welt, die wir selber sind. Wir sind in einer Welt, die wir selbst sind. Welt übrigens, noch mal, falls du es vergessen haben sollst, das aufgespannt ist eher je. Und jetzt landest du beim Polarenrand deiner Gedankenwelt. Dieser Polare Rand, den musst du als bewusster Schöpfer, Schinnopfer, deine Logik musst du opfern, dein Haar, dass du eine neue Logik, einen neuen Polarenrand kriegst und das wiederholst du ständig in diesem B-Rand. BR heißt dann wiederum das Äußere und OND heißt Auf- und Abschwingen. Tausendmal habe ich das erklärt. Ja. Holofeeling ist ein Geschenk, ein unendliches Geschenk, dass du mit normalen, weltlichen Gütern, mit vergänglichen Existenzen, an Werten, die du bisher definiert hast, überhaupt nicht vergleichen kannst. Auch nicht die Glückseligkeit, diese geistige Glückseligkeit, die du erleben wirst. Jedes Glück, das abhängt von irgendwas Existierendes, ist vergänglich, auch wenn du es versuchst zu wiederholen. Jede Art von Sicherheit, die von dir ausgedacht, eine Existierende, ein Bankkonto, ein Geld, egal was es ist, ist vergänglich, weil Existierendes nicht ewig ist. Die rote Glückseligkeit ist nicht mehr abhängig von irgendwas Ausgedachten und die absolute Sicherheit, das bin ich der rote OB. Ich bin derjenige, der dich jeden Morgen wach werden lässt, als der, der du bist, der dich träumen lässt und deinen Traum, obwohl du den Scheustick in der Hand hast, du hast die Fäden in der Hand. Ich lasse dich an den Fäden selber ziehen. Es wird alles, was du denkst, wird genauso sein, wie du es denkst. Also nochmal zu sagen, forderein Wille, geschehe. Mein Wille ist, dass dein Wille geschieht, so wie du dir das ausdenkst. Es wird immer genauso sein. Die Krankheiten, du wirst Sachen bekämpfen, sorge dich nicht um morgen. Es ist, sagt die Liebe. Und es sagt nicht, es ist schön oder hässlich oder gesund oder gefährlich. Das sagt dein Intellekt. Und damit entheiligst du diese Welle, gesund und krank. Oder gefährlich und nicht gefährlich. Und das, was sie als objektive Welt bezeichnen, entweder ist es bei uns in unserer Wahrnehmung drinnen, da bleibe ich und für ewig bergeleicht. Entweder ist es in uns drin. Merkst du, was er sagt? Er jetzt. Aber er ist doch bloß ein Gedanke von dir. Ich spreche durch alle Menschen zu dir. Jeder Moment ist ein einziges Wunder, wenn du das einmal verstehst. Wegmachen, wegmachen. Aber jetzt geben wir uns noch einen. Wir sind jetzt hier. Das ist jetzt zum Beispiel mit der Immagenz haben wir da nochmal eine Internetseite. Ein tief eintauchendes Quellstudium ist nötig. Da bin ich schon drauf eingegangen. Das ist jetzt nur eine Internetseite übrigens von 2013. Und da wird ein bisschen, da denken wir uns jetzt einen aus, der hier eigentlich schon mit der Etymologie spielt. Und das Ende dann hier, das ist in dem vorhergehenden Selbstgespräch, bin ich da kurz drauf eingegangen. Das ist jetzt, dass dort der Physik steht, nichts anderes. Einfach vorhergehendes Selbstgespräch. Machen wir weg. So, und jetzt gehen wir da nochmal. Das ist jetzt dieser Ansatz. Das große Dauer fließt überall hin. Nach links wie nach rechts, nach oben wie nach unten. Die 10.000 Dinge, das ist übrigens das 11, werden durch Es bedingt. E Quadrat ist das Bewusstsein von JCH, ICH ist eigentlich das Bewusstsein von Gott. Heiliger Geist ist UB, Gott Vater, ab Gott Sohn. Das ist Gott Vater, ist JCH, Gott Sohn ist ICH. Also ich und ich. Es hält nichts zurück. Du hältst es zurück. Du willst viele Sachen nicht auftauchen lassen, weil sie dich nicht interessieren oder weil du sie nicht haben willst. Schweigend Adam, der Schweigende, erfüllt E seinen Sinus mit zwei Existenzen und fordert nichts. Es nährt die 10.000 Dinge, du nährst, wir nähern alles, was wir uns ausdenken. Ich weiß dir denken was und du weil du es denkst. Aber was bist du ohne mich? Was bin ich ohne dich? Und doch ist es nicht ihr Herr. Es kennt kein Ziel. Es ist sehr kol a ihn. Das heißt, alles ist nicht existiert. Es ist nicht aus dir herausgetreten. Selbst wenn du siehst, es ist ja deine Information. Wenn es überhaupt wo herausgetreten ist, ist es aus dem Heiligen Ganzen, aus dem Nichts, in dem sich alles befindet. Diese 10.000 Dinge kehren zu ihm zurück, egal wo du dir irgendwas hindenkst. Es fällt in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst, in diesem Punkt zurück. Es ist sehr groß. Geh, rost, is, jotsus. Es zeigt seine Größe, e-Quadrat, ich behaupte, dass ich du bin, nicht. Und deshalb ist es wahrhaft groß. Es ist wir Geist. Ich und ich. Ich und du. Rot gelesen. Wir sind die Einzigen, die das erleben. Niemals irgendein Gedanke. Ein Gedanke erlebt nichts, der spürt nichts, der muss auch nicht leiden. Er wird für dich so sein, wie du es denkst, aber du meinst dann, das, was du denkst, ist unabhängig von dir. Es kann doch ein Gedanke, den du denkst, nicht unabhängig vom Denker existieren. Bitte denk wieder an Putin. Denk an Scholz. Das heißt, ich, OB und du Geistesfunk. Bewusst ist, Holofilling erfordert von dir Geistesfunk ein immer währendes, da habe ich jetzt die Wahrheit reingeschrieben, die in dir auftaucht, doppelt aufgespannte Schöpfung. HR ist eine wahrgenommene Berechnung und das ist das Hebräische Wort für Berg. Berg wiederum ist der Wellenberg, den du siehst, aber das zugehörige Tal, das Dianegativ, kennst du nicht. absolut tief in jedes auftauchende W-Ort musst du eintauchen. Das erfordert dieses nicht existierende Tauchen. Ein Quellstudium, die Quelle für alles bist du selbst, wir. Wisse er ist, er, ich und ich ist immer 2, 1, 2. Jetzt denk einfach an den Einheitskreis. Wir machen jetzt die Kollektion, die 8, 1, 8, 8 ist ja immer die neue 1. Denk an die Musik. Eine Oktave, sieben Töne, der achte Ton ist der neue erste Ton. Das ist jetzt, das kommt am Ende nochmal, das ist plus, 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 minus, oben, dann der eine in der Mitte, die Nulllinie, die Ebene und minus, 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 plus unten. Das heißt, er ist immer 2, 1, 2. Das heißt, er ist immer im Vorder. Das ist nämlich das Erste. Schau dir das an. 2, 1, 2. B als Vorsicht, wie heißt ihm ab? Im Vorder. Gut? Jetzt pass auf, was jetzt passiert. Wir schauen uns jetzt einmal hebräische Worte an, also Zahlen, ich erzähle dir was, die mit den Zahlen 2, 1, 2 geschrieben, also 212 geschrieben sind. Hier, hier einige heilige Worte mit dem Totalwert. 212. Er ist ein seltsamer, ein seltsamer, eher fremder. Du bist ja doch vollkommen fremd, solange du glaubst, ein Affe zu sein, ist doch der Geist, der dich jetzt ausdenkt. Denk einmal bitte jetzt an deinen Körper. Und jetzt denkst du, du bist dieser Körper. Weißt du was von dem, der dich ausdenkt? Bist du nicht derjenige, der sich selbst ausdenkt? Er ist ein seltsamer Fremder, der als Alless Existierende in sich selbst ausstreut. Egal, was jetzt existiert, es kann nur hier und jetzt in dir existieren und du streust es doch in dich selbst hinein und dann um dich herum, obwohl es dich gar nicht verlassen kann. 212, innerer, äußerer Wert. Fremd, seltsam, ausstreuen, wurfeln, würfeln, zerstreuen. Gottes Meer, El Hayom, ist ein geistiges Meer unendlich vieler Gestaltungsmöglichkeiten, das in deinem persönlich wahrgenommenen B-Rei, in deinem Spiegel, in deinem Kopf des Schöpfer Gottes eine Kollektion darstellt, beziehungsweise Spektor, immer nur die von dir, B-Reich, immer nur die von dir unbewusst selbst ausgedachten Gedankenwellen aufwirft. Das macht aber wieder der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Jetzt pass auf, er ist ein Prophet. Schau mal, was ist ein Prophet? Das heißt, mein Verkind und Deuter des göttlichen Wins, ein Seher und Mahner. Müssen wir nicht weiterlesen. Schau mal weiter. Und der Beschauer, der eigenen Wahrheiten, das ist dieses hebräische Wort, das heißt nämlich Beschauer, Prophet und Zuschauer. Du schaust, du bist der Zuschauer von dem, was du selber denkst. Gehen wir mal weiter. Er ist der göttliche Satz-Schatzmeister. Der göttliche Schatzmeister, der dir erklärt, dass also ein Wort deutlich mehr beinhaltet, wie bloß ein Buchstabe und ein Satz noch wesentlich mehr beinhaltet, als ein bloßes Wort. Das ist der Schatzmeister. Er ist unsere ewige Erleuchtung, unser eigenes geistiges Licht, jetzt mit J geschrieben. Das Licht, die Erleuchtung, die Helligkeit, die Offenbarung, ich nenne das ja immer Ohrenbarung. im roten Innenraum, im Traum eines Zimmer, die Geburt im Meer, das sich absolut im absoluten Mittelpunkt einer geheimnisvollen, obskuren, dunklen Kamera befindet. Die dunkle Kammer ist der Innenraum. Das ist aber hier das schwarze Loch, in dem alles in einem Punkt zusammenfällt. Das passiert, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und als bewusster Geist denkst du mit Lichtgeschwindigkeit, das was letztendlich, ich verweise nochmal auf den Band 8, von den 8 Ohrenbarungen, wo ich sehr populär wissenschaftlich erkläre, dass die Einstein-Form mit die Spezialitätstheorie von 1905 arithmetisch präzise beweist, dass ich außerhalb deines roten Kopfes nichts befinden kann. Egal wo du dir das hindenkst, es muss hier und jetzt sein. Und das ist jetzt die Kammer Obscura. Das ist die Physik, die man verstehen muss. Er ist Krishna. Krishna heißt der Schwarze. Hochinteressant. Das kannst du dir ja dann selber anschauen, bringe ich jetzt nicht rein. Dieses Schwarz. Schwarz heißt nichts. Und die berechnete Geburt heißt Läufen. Ein Läufer. Er läuft. Dunkel, kalt sind hier die Links dazu. Er ist ein stiller Wächter. Ein wachsamer Beschützer. Ein dunkler Ritter. Er ist der Dark Knight. Knight heißt der Ritter auf Englisch. Wir können aber das K-Von hier wegschieben, dann heißt es wie die Nacht. Die geöffnete Berechnung, das ist in den vier Spiegeln, ist die Existenz einer Kollektion. Immer. Kannst du ja anschauen. Die von dir ausgedachten Wahrnehmungswellen, DGInnen, beziehungsweise Entsdeen und Enten im Meer, in ihm, im Vorder, in der 212. Darum ist der Startpunkt des folgenden Videos auch 212. Jetzt habe ich das farbig gesetzt. Das heißt, Plus, 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 Minus, das ist die obere Hälfte des Einheitskreises. Das ist übrigens das Christuszeichen. Interessant, dass man hier diese Berechnung des R, das übrigens normal auch wie ein P aussieht, in einem X ist mit den 4 Weltgegenden, das ist der Ruach. Das sind jetzt die 4, die kann man dann nur spiegeln und das Ganze ist Minus, 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 da ist die Physik. Es wird alles mit Holofeeling, Startpunkt 212, klicke ich jetzt nicht, dann kannst du die anschauen. Das ist ganz kurz noch, sehr interessant, das ist nämlich genau der Text, das wird genau das hier gesprochen, was hier steht. Du Geistesfunk, solltest, in deinem ab jetzt bewusst selbst ausgedachten Traum, da taucht übrigens der Batman auf, immer ein selbstbewusster Batman sein, Batman sein. Esain heißt Bewusstsein, dieses Bewusstsein ist praktisch nicht existierend, der Mann ist ja der Denker, der bewusste Denker, der Adam. Und dann schauen wir uns einmal das Bett an, das heißt, du kommst, du kickst wieder hinein. Du liest dich ein, das kann man jetzt rot und blau lesen. Wo kommst du eigentlich hin, gehst du in den Traum hinein oder wenn du wach wirst, wenn du der Batman bist, wieder aus dem Traum heraus. Darum ist dieses B, hast du ja in, in, mitten verbunden, der Schöpfer, der Schöpfer verbindet alles immer in sich selber das absolut Daseinde. Das heißt, du kamst und du gingst hinein, das ist in die Traumwelt, außen, außerhalb ist die Polarität, die Schöpfung, das was in dir erscheint. Aber du musst jetzt das in Gedanken wählen, Schaum, wenn du wieder hineingehst in die Welt, gehst du ins Zentrum zurück. Das ist der bewusste Batman. Aber das kann man auch anders schreiben, die von dir Geistensfunk ab jetzt bewusst ausgedachten, ängstlichen, blauen Betenmänner, jetzt schreiben wir das mit einer 70, die leben in Krankheit, Angst und Phobie, weil die beten, lieber Gott, lass doch, lieber Gott, mach doch dieses oder jenes nicht. Du bist doch Gott für das, was du denkst. Das heißt, diese ausgedachten Bet, diese Bet-Bet-Männer, die einen ausgedachten Gott betend, um Hilfe anfliehen, sind nur ängstliche Aufwandorganisten. Das sind Figuren, die du dir ausdenkst, wo du sagst, die haben nichts verstanden, in deiner selbst erschaffenen Traumwelt. Ich liebe dich. Und jetzt kommt noch mal am Schluss, du solltest wissen, das ist jetzt das Garmini-Deutsch, gibt auch noch Aschkinas im Alt-Hebräischen, dass hier dieses Drei-Hüben-Drei-Trüben-Drei, in der Mitte ist jetzt das Nichts. Verfolgene Wert, merkst du, ist dieser geschlossene 86 und der Pyramidenwert ist der kleine Gottesorder. Und du landest jetzt bei dem Wort Deutsch und das alte Deutsch kannst du ja selber leben, Deodiskin, einsprachende Welt, heißt Deutsch, Deust, Deuten, Auslegen, von Gott selbst gelehrt. Wenn du das jetzt zigfach anhörst, dann weißt du, wer dich jetzt das lehrt. Der Schöpfer von dem, nur der, der es erschaffen hat, kann dir erklären, wie es wirklich funktioniert. Und da haben wir den Startpunkt 303, jetzt haben wir wieder D-Reihe, das ist griechische 4, ist es Dalit, das weiche D, sage ich einmal. Drei und gespiegelt Drei, hochinteressant, dieser Reihe, wie es mal heißt, der Spiegel und die Spiegelung vom Spiegel ihrer ist jetzt der Strom, ich lasse es erscheinen, es fließt in dir, von innen nach außen und wieder zurück. Evolution, Revolution, bis in alle Ewigkeit. Und jetzt, ich habe da zwar noch einige Sachen, wo ich reinweise, wie sind wir denn in der Zeit? Wir haben 2 Stunden, 10 Minuten. Wieso ist das bei mir? Das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, als Helene sich zugeschaltet hat. Ich habe oben die gesamte Zeit. Alles klar, 2 Stunden, 13, dann schauen wir da noch ganz kurz rein. Moment, da muss ich wieder zurück. Habe ich noch Übertragung? Habe ich noch Lauf, ne? Ja. Ja, läuft. Gut. Ich mache jetzt einmal zwei Sachen, wo der Spiegel vorkommt. Das ist hier in der 3er 20 im Neuen und Alten Testament. Wir machen es ja erst einmal ganz kurz nur, denn, wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht der Täter. Ich sage, für Heiligkeit predigen, du musst es leben. Du musst es leben, was du sprichst. Und ein Pfarrer, der sich auf der Kanzel stellt und das Neue Testament vorliest, alles, was der spricht, stimmt. Lebt das. Der ist einem Mann gleich, welcher sein natürliches Angesicht, wir haben jetzt wieder das Neue Testament, in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet, im Weg ist wehgegangen und er hat alles bald vergessen, wie er beschaffen war. Das ist, da steckt dieses Spiel drin, wenn du an dich denkst. Du bist der Spiegel. Man müsste normalerweise hier anfangen bei der Einerzwanzigkeit, das heißt, deshalb legt ab alle Unsauberheit und allen Übermaß von Schlechtigkeit und empfanget mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seele zu retten vermag. Nur das in dir eingepflanzte Wort wehort, der doppelt aufgespannte und eingepflanzt ist die Mitte. Du musst es ganzheitlich sehen. In dem Moment, wo du ein Wort einseitig ausdeckst, entheiligst du diesen doppelt diesen heiligen Wort. Sei aber Täter des Wortes und nicht allein der Hörer, die sich alle selbst betrügen. Du belügst dich, wenn du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Du kannst es nicht beschwören. Du schwörst an Meinheit. Du belügst dich, wenn du sagst, ich bin auf der Erbkugel und du belügst dich, wenn du sagst, ich bin ein sterbliches Säugedier. All das, was du beschwörst, beschwörst du mit an Meinheit. Es bleibt nichts mehr über. 99,999 und jetzt können wir hier 1000 Jahre 9 dranhängen von dem, was du als hundertprozentig sicher anziehst. Ist schlichtweg und einfach, du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, aber du würdest das beschwören. Und deshalb lebst du in dieser Hölle, die du Welt nennst. Sodom und Gomara. Ja. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht der Täter, der ist einem Manne gleich, welcher sein natürliches und sein Inneres in einem Spiegel betrachtet und meint, es ist außen. Der Reih, der Spiegel, ist der Kopf des Schöpfer Gottes und du betrachtest das in dir. Und nicht, das ist nicht, das ist ausgedacht, vorgestellt. das ist einmal die erste Seite und da ist jetzt dieser Spiegel, bloß dieser Spiegel, das Wort, du wirst nämlich feststellen, das ist ja, wir überschauen uns das einmal zum griechischen Original an. Dieser Spiegel, dieses Wort, wir können da mal ganz kurz eine Übersetzung reinsetzen. Das ist ein Möhrer. Ich kann das auf Deutsch umschalten, kleinen Moment. Das ist S-Optron. Da steckt die Optik mit drin. Ist übrigens auch hochinteressant, dass das Wort Spiegel selber im Altgriechischen gibt es das gar nicht in der Form, das ist Neugriechisch. Das heißt, das ist der Spiegel, das kommt aber hier ein Werkzeug, wir sind wieder beim Zeuge, die 50, 9 sind. Das heißt, 15, 1, 5 heißt Gott und eine intellektuelle Spiegelung. Wir schauen uns das an. Das heißt, sich hineinbewegen, ein hineinbewegen, ein bewegen. Wohin bewegst du dich? Jetzt sind wir wieder hinein in eine Richtung, in eine Blickrichtung, damit tust du dich zwangsläufig, das Ziel ist ZW-Eck. Die Geburt eines doppelt aufgespannten Eckes. These, Antithese. Schaust du nur eine Seite an, ist es hell oder dunkel? Das ist einmal die erste Seite von dem Spiegel, dieses hineinbewegen in den Spiegel. Ich muss da nochmal machen, einen kleinen Moment. Und jetzt ist es hier, ursprünglich kommt es von der 3700, da brauchen wir die Unendlichkeit, ist die 73 dazu. Insider verstehen jetzt, was ich meine. Insider, Außenseider sind nicht interessant. Das ist jetzt praktisch mit den Augen sehen. Wichtig ist, dass du hier erkennst, sich erblicken lassen, lassen sehen, mit eigenen Augen sehen. Was aber hier ganz toll ist, wenn wir jetzt tiefer reingehen, dass dieser Spiegel im Altertum nicht aus Glas und aus blankpoliertem Metall bestand. Und dadurch ist der sehr, sehr trüb. Deshalb gab es also auch kein so klares Bild. Jetzt haben wir aber einen Glasspiegel. Der ist komplett anders aufgebaut. Darum gibt es dieses Wort nur im Neugriechischen, im Altgriechischen, wirst du das nicht finden. Wir können das gerne mal eingeben, aber das erspare ich mir, jetzt vertraue mir einfach. So, das machen wir jetzt weg. Das ist das erste Mal und jetzt schauen wir uns den Spiegel, den schauen wir uns jetzt noch an im Hebräischen. Da haben wir diesen Vers hier ab 37. Wir kommen von der 37. nicht mehr. Weißt du, 37 ist 18. Kannst du gleich ihm das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel. Um das zu verstehen, müssen wir zuerst einmal den 16er anschauen. Jetzt mache ich ein bisschen Hebräisch mit dir. Verstehst du dich auf das Schweben der Wolken, auf den Wundertaten, des an Wissen vollkommenen? Was hier im Hebräischen steht, als erstes großes Wunder, du kannst diesen Text innerhalb die wesentliche Substanz der Metapher. Ich sage immer, auf der Metapher-Ebene kannst du diesen Text innerhalb eines Jahres fließend lesen. Du musst nur einen kleinen Trick wissen. Dieser Trick besteht darin, dass du diese kleine Tabelle beherrschst. Die Zeichen, die hebräischen 22 Zeichen in Rot und in Blau. Wenn du diese Tabelle auswendig lernst und die Symbolik verstehst, was hier passiert, kannst du die hebräische Dora, diesen Text, jeden hebräischen Text sofort fließend lesen. Und zwar kriegst du einen komplett anderen Text in Deutsch. Schau mal, wir fangen mal an. He blau gelesen heißt, die Wahrnehmung einer Erscheinung ist die Öffnung eines Augenblicks. Du hast gemerkt, He ist die Wahrnehmung einer Erscheinung ist die Öffnung eines Augenblicks. Das hebräische Wort heißt, du weißt, du kennst, du erkennst, du verstehst, du nimmst wahr. Was du wahrnimmst, ist die Gestalt gewordene, die Wahrnehmung einer Erscheinung ist ein geöffneter Augenblick. Beckenblick ist irgendeine Information. Du kannst immer nur deine Informationen wahrnehmen. Da ist jetzt übrigens ein Problem, wir schauen uns das einmal für hebräische in kleinen Teilen an. Diese geöffnete Augenblick ist das hebräische Wort für Wissen. Die Erkenntnis, die Meinung, das Wissen. Das ist jetzt hier in der Reihenfolge im Althebräischen, was die Zagluria wisse, erkenne, erfahre, nimm wahr, lerne, kenne. Du musst schlichtweg und einfach, wenn wir hier das in klassischen Wörterbüchern reintun, dieser geöffnete Augenblick, das ist die Erkenntnis, die Kenntnis, dein Wissen. Das ist das, was du jetzt kennen. Kannst du nur das, was jetzt da ist. Er erkennt jetzt, dass nur das da ist, was jetzt da ist und es ist das, was du jetzt weißt. Wissen ist eigentlich jeder Moment, den du jetzt siehst, ist das, was du jetzt weißt, was aber mit dem nächsten Moment schon wieder zerstört wird und ein neues Wissen in dir auftaut. Macht einen Sinn, oder? Rot gelesen ist es die geschlossene Quelle, geöffnet, Augenblick, augenblicklich wahrgenommen, eröffnet. Ö, F, F, zwei Facetten, du schaust aber nun, zwei, Existenzwellen, Berg, Wellenthal, die ja positiv, die ja negativ in deinem Gehirn bloß eine Seite davon haben. Jetzt ist es im Widerhell oder jetzt ist es dunkel. Jetzt atmest du ein oder du atmest aus. Aber genau genommen ist Wellenberg und Wellenthal kommen niemals nacheinander. Das ist es still. Und jetzt haben wir das Taf als Vorsilbe. Heißt, du wirst, ist ein Imperfekt, du wirst etwas wissen. Du sollst, du kannst etwas wissen. Die klassische, du weißt, das ist verkehrt übersetzt. Da steht unten zwar Imperfekt, aber die lesen, du weißt, du kennst, du erkennst, du erfährst, du verstehst. Du weißt es eben noch nicht, dann wäre es perfekt. Dann wäre das Taf hin. Du weißt, das heißt, du wirst etwas erkennen, du wirst etwas erfahren. Das heißt, das widerspricht sich hier, das sind die Fehler, die jeder Grammatiker, jeder F nur nach. Die lernen zwar, dass das Taf ohne Imperfekt ist, aber hier in der Übersetzung macht die Zaglori Akademie ein Perfekt. Das stimmt jetzt, das ist Imperfekt. Du wirst, kannst wissen, du wirst es erkennen. Du nimmst es wahr, ist wieder perfekt. Du lernst es kennen, es ist Imperfekt. Das ist aber nur perfekt, Imperfekt. Wenn es dich jetzt nicht interessiert, kannst du wegzappen, das wäre aber sehr spannend. Da steht aber nicht Taf, sondern H-Taf. Und das ist ein Hitball. Jetzt müssen wir wissen, was ein Hitball ist. Da schauen wir jetzt mal hebräische Elementargrammatik, das ist übrigens selbst Hebräer, wenn du magst, die lernen das zwar, aber was das auf ihrer Welt ist, weil das ja ein Computerprogramm ist, das sind dieses, warte, du musst zuerst einmal, und jetzt bitte einfach zuhören, das ist extrem spannend, diese kleine Tabelle, das haben wir im Deutschen nicht. Das ist der Grund, dass du wirklich die Dora richtig übersetzen kannst. Es gibt zwei hebräische Wörter für erschaffen, das ist einmal unser Shinon-Heh. Entschuldigung, Esse. Das wollte ich haben. Das spricht man jetzt Esse oder Asse. Das heißt aktivieren, ausführen, machen, tun, bewirken. Das ist das eine Wort. Das gibt mir reichlich. Das ist ein großer Unterschied, wenn es heißt, du tust etwas, du magst etwas, du bewirkst etwas, und dann dieses Boal. Das sind ja nur Konsonanten. Das ist auch tun, machen, schaffen, handeln, machen. Und das sind die sogenannten Verbformen, die Tätigkeitswörter. Da gibt es also hier, wenn wir uns die jetzt anschauen, und darum habe ich das wunderschön gesetzt. Das ist das, wenn wir das jetzt blau lesen, ist das Wissen, das Augenblick des Lichtes. Wissen ist immer ein Augenblick auf ein Blaues, ein ausgedachtes Licht. Rot gelesen ist es die Weisheit, ist die Quelle vom roten Licht. Die Quelle ist das rote Licht. Das ist nämlich hier, und jetzt habe ich das extra, das wird auch auf Boal ausgesprochen, das ist eine sogenannte Kal-Form, das ist ein affiner Gott, das schreibt sich hier, Kal heißt einfach nur Schall, Stimme. Du sprichst, das ist, wie fokalisierst du das? das ist, genau genommen sind ja das nur Konsonanten. Das ist K und L. K, L. Sag ich jetzt, Kal, Kal, Kil, ich habe viele Möglichkeiten. Das heißt, jetzt dieses P, blau gelesen ist, das Wissen erzeugt einen Augenblick vom blauen Licht, vom ausgedachten Licht. Und da habe ich jetzt dieses Rot-Blau, ist das Quellaugenblick, ist die Lampe im Projektor und das, was projiziert wird. Und im Hebräischen ist ein Verb, was übrigens auch ein Zeitwort ist. Das heißt, Zeit ist ein Zeitpunkt. Ist immer von vornherein, ohne das, was dabei steht, die dritte Person. Darum heißt diese Grundform des Verbes er tut, macht, bewirkt. Und ich habe jetzt ein blaues er, dieses er ist deine Logik. Das ist dein Intellekt. Dein Intellekt tut, macht und bewirkt es. Aber ein Intellekt kann nichts bewirken. Ich sage, ein Programm kann nichts bewirken, wenn kein Betriebssystem da ist. Das Betriebssystem bist du Geist. Und tun, wirklich tun, tut es letztendlich einmal ein Betriebssystem. Ohne ein Betriebssystem kannst du kein Programm laufen lassen. Ein Programm ist ein reines Regelsystem, das dann Regeln aufwirft und das Betriebssystem macht dann das, was das Programm ihm vorschreibt. Wie ein Sklave. Ich sage immer, das Betriebssystem sind 200 Gramm rote Gnete. Da muss einer da sein, der der Gnete eine Form gibt. Jetzt können wir wieder streiten, wer das eigentlich macht. Also machen du das, das Programm. Das heißt, dein Intellekt tut es, kann es aber nur tun, wenn ein Betriebssystem da ist. Das Betriebssystem sind wir. Da kommen wir gleich dazu. Das bin ich und du. Jetzt gibt es den sogenannten Nifal, da steht jetzt vorne ein M, das nennt sich Nifal, das ist die Passivform. Das heißt, er, das ist wieder unser Tun, machen, handeln, er wird getan, gemacht, bewölkt. Jetzt ist interessant, wir, das heißt, der träumende Geist in Verbindung mit mir öffnet das, was getan, gemacht, bewölkt wird, aber was wir öffnen, wir Geist öffnen, bestimmt der Intellekt, den wir zum Denken benutzen. Das ist der Intellekt, den du zur Zeit, ich nennst, das ist dein Mensch. Der Mensch ist ein Konstrukt, Werte und Interpretationssystem und was du jetzt bestimmst, wird von uns, mir zwei vor dem Bücherregal, eigentlich, auch der Leser ist nicht in der Geschichte des Buches, wird es getan, gemacht, bewirkt, beachtet, der Nifal hat immer eine reflexive Bedeutung. Alles, was getan, gemacht, bewirkt, wir öffnen, das passiert mit und an uns selbst, weil wir, was wir machen, wir verändern unsere Information. Das ist die 200 Gramm Lote, Nede kriegt ständig eine andere Form, was an uns selbst aber nichts verändert. Merkst du, dass die Geschichte, die ich so einfach sage, du erlebst nur deine eigenen Informationen, die du selbst erschaffst, es wird immer so in dir sein, wie du dir das ausdenkst. Jeder Mensch, den du denkst, der entsteht jetzt und der wird das getan, gedacht oder so sein, wie du in dir denkst. Ob du an einen Jesus denkst, ob der jetzt gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde, bestimmt nicht dieser Jesus, den du dir ausdenkst, das bestimmt die Logik, die du zum Denken benutzt und den Schwamminhalt, ob du jetzt eine muslimische Koranlogik oder eine christliche Neudestamentslogik benutzt zum Denken. In beiden Fällen ist Jesus, bloß in einer Logik wird er nicht gekreuzigt und in der anderen wird er gekreuzigt. Es geht nicht um die Frage, was richtig ist. Es geht um die Frage, warum ist das jetzt? Weil ich eine Logik habe, die dieses Bild, diese Vorstellung in mir aufwäuft. Wo niemals in der Vergangenheit war, es sind Märchengeschichten. Jetzt kommt der Biel. Das habe ich jetzt rot. Das ist die Weisheit Gottes. Das Intensivieren, bewusst im Geist tun, machen und bewirken. Bist du schon ein Geist, der alles, was er macht, bewusst macht? Jetzt kommt der Poal, ganz interessant. Es beginnt mit einem blauen PU. Das schauen wir uns gleich einmal ganz kurz an. Den kann man natürlich auch rot schreiben. Schau mal, PWAF. Das heißt einfach nur hier. Hier. Das ist rot gelesen, das ist die Weisheit verbunden, vereinigt. Blau gelesen ist das Wissen, das aufgespannt wird. Merkt ihr das Wissen? Wo wird das Wissen aufgespannt? Immer hier. Hier, heilig, ganzheitlich, wenn Böck und wenn Dall gleichzeitig. Nicht nur eine Seite. Wissen wird aufgespannt. Gespiegelt heißt es, das Wissen ist verbunden. Die Weisheit, die verbunden ist, das ist UB. Das ist der, der immer ist. Die Wellen sind zwar in ihm, aber immer ganzheitlich. Ich UB, 86 Elion, bin das erste Wassererzeuger. Ich UB, bin der Kopf von all, von Gott, von dem Nichts, der Lehem alles ausschmeißt. Ich UB, bin das Udor. Das ist übrigens das Hydrogemium, da steht Udor, der Kopf von Udor. Habe ich jetzt hierher preisiert. B, Rosheth, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut. Das geistige Ur, verbundener Kopf, El, Gott, Ement. Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Bloß ich verbreite keine Lügen, weil wenn ich mir jetzt an Socrates ausdenke, dann weiß ich, den habe ich jetzt erschaffen, und der ist hier und jetzt in meinem Kopf. Und diese Kiste vom Socrates, da denke ich mir die kompletten Werke vom Blatt und rein. Ich UB 86, bin der erste geistige Schöpfer von allem. Übrigens, schau dir das an. 86, 86, 86. Wenn wir den jetzt spiegeln und mir ein UB draus machen, passiert etwas ganz Eigenartiges, dann wird aus der 86 die 806. 86, 86 und der Pyramidenwert ist 92, das ist das Udo. Ja, WC baut. Da hat er das Udo-Zeichen, ZB. Das ist die Schindelette, die Logos des Kindes, wie der Rode, das ist der Adam, ich bin der dritte Adam. für Bräschewort ist Test Udo. Das ist Jahwe Zebaut, da steht Zeb A. So schreibt sich dieses, der Herr Jahwe Zebaut. Das ist die Herrschan, wird es hier übersetzt, aber eigentlich heißt es hier, weil Ort Zeichen ist, wir wissen, Test Udo ist Zeb und das ist auch das Zeichen, warum nenne ich alle Schriftzeichen deiner Welt. Diese ganzen Buchstaben sind auch Zahlen und dieser Test Udo legt dir diese Zeichen, das sind die Test Udo-Zeichen. Ich will dir nur zeigen, dass ich wirklich der bin, der ich bin. So, das ist jetzt der Poal, das hast du übrigens 70, ich habe das blau gelesen, dieses Wissen, das aufgespannt wird, das ist das Augenblickliche Licht, das heißt der All, hochheben, das ist nur diese Bezeichnung für hochheben und joch, sind wir tausendfach darauf eingespannt. Das, was in dir auftaucht, Passivform von Birl, das heißt, was du jetzt dir ausdenkst, überlegst, ist ein unbewusstes Tun machen und bewölken. Es ist in dir eigentlich der, der OB schon drin, du musst bloß dich spiegeln, du musst die andere Seite des Spiegels anschauen, dann erlebst du den, der dir das denken lässt, das bist du selber bloß gespiegelt, ich bin du und du bist ich. Vorm Spiegel und hinterm Spiegel ist im Spiegel, das ist die Gedankenwelle, plus minus. Dann kommt der Hiffel, das ist ein Kausativ, ein Veranlassungsform, Tu es, mach es, bewölk es bewusst, vertrau mir. Du kannst deinen Kölber, dein Affenwissen nicht retten, es wird sich auflösen, du kannst so lange ums Überleben kämpfen, wie du willst, ich werde dich immer wieder wach werden lassen, versuch deinen Kölber wegzumachen, ich lasse dich immer wieder wach werden, solange bist du freiwillig mit deinem Haar, wenn du mir dein jetziges Leben, dein Programm schenkst, du Computer, du Geist, dann kriegst du für mich ein neues Programm und es wird eine vollkommen neue Welt in dir auftauchen, bloß bewusst. Der Unterschied zwischen wiedergeboren werden und bewusster Reinkarnation, Wiederauferstehung ist ganz groß. Du bist genauso ein Mensch, ein Trockenmausenaffe in einer Rolle wie jetzt, bloß du weißt, dass du träumst und dass dir selbst als träumenden Geist gar nichts passieren kann. Und wenn du unbewusst reinkarnierst, wie oft muss ich noch geboren werden, hast du keinen Spaß an dem Fühl. Jetzt kommt der Hofall, das ist die Passivform vom Hiffel, das heißt, unbewusst tun, machen und bewirken und jetzt haben wir dieses HD von es, siehst du das? Das ist natürlich jetzt hinten als Verb haben wir ja bloß unser Wissen, unser Wissen. Und das heißt, reflexiv formen für sich selbst, das heißt auch füreinander, ich bin du und du bist ich, ich habe jetzt das eh hintrangig für andere, das was du anderen tust, tust du dir selbst. Aber du tust es ja nie den Gedanken, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Mensch leidet und du hilfst dem, dieser Mensch leidet ja nicht, den du denkst. Aber wenn du weißt, dass dieser Mensch letztendlich, den du dir jetzt mit deinem Programm ausdenkst, wo du sagst, das bin ich nicht, hättest du den sein Programm in dir laufen, dann machst du das selber. Drum sage ich, alles was du für andere tust, tust du für dich selber. Wenn du einem bescheißt, wirst du in irgendeinem Traum, den du jetzt träumst, von einem beschissen, der du letztendlich selbst bist. und wenn du einem hilfst, kannst du nur einem helfen, weil alles eins ist, der du selbst bist. Das heißt, diese Hitbell heißt für sich selbst, also auch füreinander, bloß ich für dich und du für mich. Etwas tun, machen, bewölken. Und jetzt, wenn du das gecheckt hast, krieg dieses eine Wort und ganz anderen, verstehst du dich auf, was hier etwa weißt, du kannst, du lehrst, du nimmst, du kennst, du warst, du schon einzig. Diese 70-30, was in dir hochgehoben wird, ist ein Schweben, ein Gleiden. Interessant, dieses Wort Schweben, das heißt, es gibt noch ein zweites Wort für Schweben im Hebräischen, das findest du im zweiten Vers. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist ein anderes hebräisches Wort. Da wirst du feststellen, das heißt eigentlich Brüden, etwas ausbrühen. Brüden beginnt schon mit BR, ein Äußeres in sich erschaffen, aber dieses Brüden bezieht sich, dass ein Vogel, da hast du dieses Oli übrigens, das Fliegen, das Geschwinge, nimm einfach die Wörter, könnte ich jetzt jedes Wort nachschauen, dass der über den Eiern schwebt förmlich, er will die nicht zerbrechen, er will aus dem Ei, aus dem Schöpferkott etwas ausbrüten. Aber hier haben wir ein Schweben, die Radix ist eigentlich eine andere, das ist die Grundradix, ist das hier. Die kann man da schön anschauen. Das heißt, ein Eindringen, ein Einfallen, ein Sich-Wälzen. Es wälzt sich etwas in dich und das, was in dir wälzt, ist das, was letztendlich deine Gedanken werden, sind die in dir drin sind. Okay? Und dieses im Gesamtkomplex, wenn wir das jetzt anschauen, da hängt hin nämlich das Ski, das Geschenk, wenn sich was in dir wälzt, wie Al heißt ein doppelt aufgespannter Gott. Der fängt an, das ist diese Evolution, Revolution. Das ist ein Wasserfall. Das heißt, dieses Wasser fällt, Gott ist ja in der Symbolik hier immer oben im Himmel, fällt in dir, fällt dir was ein. Das ist das Wälzende Wasser. Eigentlich taucht das unten von dir auf, das sind die zwei Seiten, bin ich oft darauf eingangen. Und jetzt kommt die Wolke. Ein dickig, deine W-Oll, haben wir wieder immer dieses Oll. Das ist ganz wichtig, dass du sagst, das ist super, super über dir, trotz wegen gemäß, das UB ist etwas neben dir, durch dich, aus dir, um dich, um dich herum. Und das heißt auch dann das Joch, das Oll. Das ist hier auf der Oberfläche von, auf der Oberfläche ist das, was du hochhebst und das ist Gag über dir, Gag hast ausgedacht und weil du jetzt 3,3 gewesen. Wenn man das das erste Mal hört, du musstest studieren, wie du Physik studierst, wie du Religion studierst, bloß das ist jetzt, kriegst du ein System, wo du alle Formeln, alles, ich sag immer wieder, denk mal, die Kreisformel ist die Einstein-Formel, ich zeig dir das, dass das alles synchron läuft über die Zahlen, du kannst sogar damit rechnen. Und dieses, wenn man jetzt die Wolke nehmen, mit einem B, da gibt es noch ein zweites Wort für Wolke, im Hebräischen, das heißt eigentlich der Augenblick auf eine Polarität, das ist unser Wellenberg, das heißt, das was über dir ist, ist ja auch die Wolke, schau, dasselbe Wort hast, Balgen. Interessant, Bal heißt, im Gott, im Nichts ist Ken, Ken ist wieder das Fundament, erfwunder ist die Welle, die du hochhebst. Das ist in Gott, im Nichts ist diese Welle. Ja. Und die wird jetzt dicht, die verdichtet sich, ich sag, die materialisiert sich. Das ist Augenblick, einfach der Augenblick auf eine Polarität außerhalb, eine Gedankenwelle. Genau. Und gelesen ist es in der Quelle selber, im Mittelpunkt ist es verbunden. Diese Polarität sind zwei Existenzen, das hast du Augenblick auf zwei Existenzen, 50-50 heißt nämlich auch Wolke. Das ist jetzt ein Gewölk und 50-50 wiederum zusammengezählt, ergibt 100, das ist die Affinität. Ja. Was Glückenloses wird rein, da gibt es keine Zufälle, was willst du besser machen an der Schöpfung? Nein. Und jetzt kommen diese schöne, jetzt kommen die Wunderdaten, das ist unsere Bella, nur in der Mehrzahl von den Wunderdaten, den Wundern, die du selber erlebst, das ist vollständig makellos. Da müsste man, das Mim ist ja das Wasser und wir haben hinten eine Mehrzahljumendung von TM und dieses TM selber ist zum einen heißt, es wird umkommen. Es wird dann vollkommen, wenn du zuerst einmal umkommst, zu Ende gehst, das absolute Ende, es ist ein Zug, das ist der Mittelpunkt, nur da ist alles vollständig und datenlos perfekt. Das, was du um dich herum ausdenkst, ist immer nur Facetten, das ist Existierendes, das ist unperfekt. Stimmt oder stimmt? Ja, ja. Die Vollständigkeit ist nur im Zentrum. Die Peripherie sind immer nur Augenblicke. Wenn du jetzt um dich herum schaust, kannst du nach vorne schauen, nach oben schauen, du wirst immer feststellen, die andere Hälfte fällt. Du kannst jetzt hell sehen, dann fällt dunkel. Aber es ist doch auf der Erdkugel, die du dir jetzt denkst, wenn die von der Sonne angestreit wird, eine Seite hell und eine Seite dunkel. Es gibt nicht, dass eine Seite nur hell ist und die andere dunkle fällt oder das, was nur dunkel ist und das helle fällt, weil dunkel ist gleich weg. Das ist Krishna und Krishna ist alles eins. Und das ist jetzt deine Einsicht, deine Erkenntnis in der Mehrzahl. Wobei man dann natürlich die Öffnung auch, aber das wird jetzt zu weit führen. Ich wollte jetzt nur diesen Satz und wenn wir jetzt hier in die Aktien gehen, wo der gegossene Spiegel ist, da wirst du nämlich, kannst du gleich ihm ausbreiten. Da haben wir dasselbe, da heißt es, du wirst imperfekt, Rakia. Diese Rakia ist das Firmament, die Himmelsfeste. Das ist das Erste und Gott teilte das Meer in ein Oberhalb und in ein Unterhalb. Das ist unsere Gedankenwelt. Das ist der dritte Vers, vierte Vers. Das wird in den ersten Sätzen in der Schöpfungsgeschichte schon beschrieben. Und jetzt lassen wir es aber gut sein. Wir können jetzt da reingehen, das ist total spannend. Du kannst es immer sofort lesen. TR ist die Reihe. Genau. Das ist die Erscheinung, ist eine Berechnung eines Affen, Kopf heißt nämlich Affe, der intellektuelle Augenblicke erzeugt. Was sieht in der Acht sind in deinem roten Ich? Ich. So. Sonst noch Fragen? Boah. Wow, danke. Es ist immer von vornherein, wenn ich jetzt sage, ich muss so viel lernen, ich sage es dir nochmal. Du wirst, wenn du auswanderst in ein anderes Land, das ist ja das, was man jetzt bei unseren Flüchtlingen, man verlangt, dass die Deutsch lernen. Wenn du in meinem Himmelreich bist, musst du die Vatersprache beherrschen. Und jetzt das Schöne ist, dass ich, so wird es jetzt klingt, wenn du da keine Grundlagen hast und du sagst, ich habe keinen Bock, weißt du was, du Zeit verdrödelst, das ist ein Reifeakt, das ist jetzt kein Vorwurf, solange du dich noch zumagst mit Fernsehserien, mit Netflix-Serien, mit Staffeln, weil dir das mehr Spaß macht, bist du ein Kind, das im Sandkanten mit einer Sandschaufel spielt, weil dich größere Sachen nicht interessieren, dann kriegst du ein Spielzeugauto. Du bist vor der Pubertät, du bist immer wieder diese 3x3x3 Wachstumsstufen, wo ich erkläre. Und das wird dir nicht vorgeworfen, du kannst dich auch nicht besser machen, wie du willst. Du musst zuerst in die Pubertät kommen und dann wechselst du wieder, das passiert, wenn du die Reife hast. Und dann wirst du ein komplett neues Interessensgebiet kriegen. Alles, was vor der Pubertät für dich nichtig war oder eklig war, der Zungenkuss, all das ganze Zeug, ist nach der Pubertät für dich das Einzige, was du noch dran denkst. Hör dir all die Selbstgespräche an, die hier 10, 15 Jahre alt sind. Und dann werden die ganzen Kinderspielsachen für dich unwichtig. Und dann musst du irgendwann, die nächste Stufe sind die Wechseljahre. These vor der Pubertät, an die These nach der Pubertät, Zündese. Jetzt kommst du in die geistige Welt. Und dann wird all das, was in der zweiten Stufe war, wird für dich vollkommen unwichtig. Der ganze Sexraum, all das körperliche Allterszeug, stimmt oder stimmt, Helene? Ja. In Holger darf ich noch nicht fragen. Der müsste zwar schon in den Wechseljahren sein, du sollst ja nur schauen, was in dir abgeht, wie weit das Programm noch wirkt. Das ist ab der 80, wird alles ganz anders. Und wenn ich jetzt sage, ja 80, wir sind wieder in einem Symbol, ich rede nicht von chronologischen Lebensjahren, und ich rede vom Weisheitsstuf. Genau. Und du kannst dir, du musst, es ist doch ein, nochmal ein Zeugling, den wir uns jetzt ausdenken, ist das einfach mal ein Gedanke. Und Gedanken sind Symbole. Zimperlein. Das ist das Große. All deine Bücher sind Märchengeschichten. Ich hole immer dasselbe. Ein Scholz, der rumscholzt, der rumlücht. Viel schlimmer ist diese Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die du vernunftbegabte Menschen. Diese Menschheit, diese Medim sind einfach nur Tode, lass die Toten ihre Toten begraben. Du wirst niemals einen Gedanken, den du dir denkst, erklären können, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst. Ja. Du wirst auch einer sinnlich wahrgenommenen Information nicht erklären können, dass die nur deshalb ist, weil sie jetzt deine Information ist, weil die da außen ist geil. Es gibt keine Außenformation. Ja. Es ist eine Information. Und wenn du das als außerhalb von dir siehst, dann ist es ausgedacht, von dir ausgedacht, es ist aber trotzdem in dir drin. Auch jetzt der Computer, der jetzt vor dir zu stehen scheint, der ist auf deiner symbolischen Verabrede. Hier ist Schluss. Und das Bild wird von dem Chip angesteuert mit deinem Programm. Es ist ein vollkommen neues Ding. Also versuch nicht, irgendjemanden zu missionieren oder was erklären. Und da kommt jetzt das große Problem, wenn man Kinder hat oder irgendjemanden, der dir am Herzen liegt. Das macht dich blind. Du musst einfrieren. Du musst eiskalte, du musst ein eiskalter Hund werden wie der Ruder. Das war das. Der Gedanke muss einfrieren. Dann hörst du ihn nochmal an. Gehen wir doch am Arsch vorbei. Meine Gedanken sind mir vollkommen gleichgültig. Wer mir nicht am Arsch vorbeigeht, da ist nur einer, das ist der, der mich jetzt ausdenkt. Jetzt habe ich als Udo gesprochen. Ich bete dich an, mich Udo Brösel wird es ohne dich jetzt gar nicht geben. Aber du wärst jetzt ohne mich, UB, Rotgelis, gar nicht in der Lage an den Udo zu denken. So ist es. Du merkst, das ist ein eigenartiges Spiel, dass es hier um ganz was anderes geht, was aber alles Wissen, das du in dir trägst, wo du bisher dich dagegen gesträubt hast oder das, was dich nicht interessiert hat. Das verknüpft sich. Du merkst, es sind wirklich jeder Gedanke, sein Passelstück von den Heiligen Ganzen, das während des Denkens nicht zerstört wird, so wenig wie eine Datei sich verändert, wenn du einen Film anschaust oder ein Videospiel spielst, ändert sich an dieser Konstruktdatei überhaupt nichts. Alles, was auftauchen kann, ist da drauf. Das ist Holofil. Das ist das große Geheimnis der Welt. Und ich glaube, jetzt lassen wir es wirklich gut sein, weil ich finde jetzt nach zwei Stunden und 45 Minuten, der Adam ist eigentlich zwei, Säge wie eine Kauber, können wir das Ganze dann abbrechen. Danke, danke. Wir machen dann, wir machen dann ziemlich genau, wenn es ein bisschen hält, ein bisschen, ein bisschen, müssen wir dann noch in uns selber diesen Adam verstehen, dass man selber Denker und Ausgedachtes ist. Und du bist weder Denker noch Ausgedachtes, sondern der, der sich einen Denker ausdenkt, der sich was ausdenkt. Dieser Denker, den du dir jetzt ausdenkst, das ist dein blaues Ich. Das bist du selbst, mit dem hast du dich verwechselt. Und dieses Programm, der Mensch wiederum verwechselt sich, das sind immer Stufungen, verwechselt sich mit den Körpern, den du denkst, wenn du an dich denkst. Und, Batsch.